Vielen Dank. Pünktlich, pünktlich, wie das Internet so ist. Hans-Jessen-Show, die zehnte. Ja, wir sind zweistellig. Vielen Dank für euer Interesse, für eure Treue und für die Wortmeldungen, die wir immer wieder gerne entgegennehmen. Frauen, Männer, diverse, alle sind uns sehr willkommen. So, wir starten. Ach nee, eins sage ich noch vorweg. Das ist heute nicht nur die zehnte Ausgabe dieser kleinen Show, sondern auch die dritte Ausgabe von Rosas Kolumne. Rosas Brille ist heute online gegangen. Könnt ihr nachher gucken. Schöner Text ist das wieder. Ich erlaube mir später nochmal drauf hinzuweisen. Aber nun wollen wir in die Wunderwelt der Gespräche mit Unbekannten eintreten. Hallo, hier ist Hans. Wen haben wir als erstes in der Leitung? Schönen guten Abend, Hans. Hier ist der Javi. Javi? Genau. Javi oder Javi? Ähm, eigentlich Javier. Ah, siehste, siehste. Ja, okay. Ich bin nur mein Vater. Mhm. Nur Javi. Ja. Und ich habe gehört, du bist ein relativ großer Sportfan. Ja. Und ich würde gerne deine Meinung dazu hören, wie du das empfindest mit dem, wie sich der Sport zur Zeit verhält in Zeiten von Corona. Meinst du Spitzensport oder Breitensport? Spitzensport, Breitensport und Amateursport findet ja generell gar nicht statt. Ja, und das finde ich eben das Problematische daran. Der Spitzensport, vor allem der Berufssport, also Fußball, der erhält eine ganze Menge Ausnahmegenehmigungen, hat auch eine ganze Menge Kohle nebenbei, ja nicht nebenbei, aber zur Unterstützung erhalten. Ich glaube, das sind nochmal wieder 200 Millionen, die der Bundeshaushalt da locker gemacht hat, damit der Spielbetrieb und der Wirtschaftsbetrieb aufrechterhalten werden kann. Der Breitensport, der für sehr viel mehr Menschen von Bedeutung ist im Leben, der geht leer aus. Das ist etwas, was mir persönlich nicht passt, wie ich aber auch jetzt nicht weiß, wie man es anders machen könnte. So, das ist meine Meinung. Und deine? Ich finde, bei mir muss man das unterteilen in zwei Segmente. Einmal letztes Jahr, wo erstmal alles lahmgelegt wurde, was ja auch richtig war und das dann halt verlangt wurde, dass man langsam wieder den Spielbetrieb aufnehmen könnte. Was natürlich auch verständlich ist, weil das sind halt, also die Profivereine sind ja alles Wirtschaftsunternehmen in der heutigen Zeit. Also da kann man jetzt nicht mehr von dem Verein um die Ecke reden. Daher fand ich halt verständlich, dass man gesagt hat, hey, wir müssen wieder spielen, weil wir halt auch nicht nur die Sportler bezahlen müssen, sondern wir haben halt auch noch ganz viele andere Menschen, die bei uns arbeiten. Und dann hat ja auch am Anfang relativ viel geklappt. Es gab ja auch den großen Zuspruch zum DFL-Hygienekonzept von der Bundesregierung. Dieser ist ja jetzt auch Vorreiter gewesen für andere Hygienekonzepte. Nur ich finde, es ist schon am Anfang sehr schreckend gewesen, wie krass diese Blase nicht beeinflusst werden darf. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Die Blase darf nicht beeinflusst werden? Beispiel, es gab einen Spieler beim 1. FC Köln, der Bürgerfestrate. Der hatte sich zu Beginn in einer belgischen Zeitung oder in einem belgischen Interview kritisch dem gegenüber geäußert, weil ein Mitspieler, mit dem er Kontakt hatte, an Corona erkrankt ist, aber er musste nicht in Quarantäne. Und dann wurde er aber relativ schnell von den Verantwortlichen, in Anführungszeichen, mundtot gemacht, in denen nochmal richtig gestellt wurde, ja, das war ja gar nicht so gemeint und es gab Übersetzungsfehler. Aber das fand ich schon ziemlich erschreckend. Ein anderes Beispiel war halt, um beim Fußball zu bleiben, Hertha BSC Berlin, wo Einblick in die Kabine durchgekommen sind, wo sich halt keiner wirklich an die Hygienekonzepte gehalten hat. Und da frage ich mich dann halt, wenn man doch so ein Hygienekonzept aufstellt und das der Politik und der Gesellschaft verkaufen möchte, warum hält man sich da nicht dran? Und wenn sich nicht daran gehalten wird oder nur sehr schwer, warum macht man nichts dagegen als politischer Entscheider? Ja, da ist natürlich die Frage, was können und was sollen oder andersrum, was sollen und was können die politischen Entscheider machen. Sie verlangen ja, also das habe ich zumindest in Erinnerung von dem, ich glaube, Ende des letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres nochmal verabschiedeten neuen 200 Millionen oder wie viel es waren an Unterstützung für den Profisport. Da wurde ja dann zum Beispiel gesagt, das gilt aber nur für Vereine, wenn die in dieser Zeit, da sie dadurch gefördert werden oder unterstützt werden, sie dürfen weder Gewinne machen noch Rücklagen bilden und sie dürfen auch niemanden entlassen. Das sind ja, wo ich sagen würde, wenn man schon so eine öffentliche Unterstützung gibt, dann sind das Kriterien, wo ich sage, finde ich vernünftig. Die Frage, die du aber stellst, was kann Politik denn eigentlich machen, wenn jetzt festgestellt wird, einzelne Spieler oder auch einzelne Funktionäre nehmen das eher auf die leichte Schulter und sagen vielleicht, ach Gott, ja, wird schon nicht so schlimm sein oder ignorieren es überhaupt, was sollte Politik denn dann eigentlich machen können? Genau, weil ich finde das halt gerade ziemlich erschreckend. Das war ja auch gestern in der BPK, da kam ja die Frage mit dem Verein von FC Bayern, der jetzt nach Karageflor gereist ist, in ein Hochrisikogebiet, wie das denn sein kann, dass es überhaupt dann diese Möglichkeit gibt und wenn dieser Verein dann zurückkommen soll, gibt es ja auch noch die, eine Sekunde, das ist mir aufgeschrieben, dass die Sportler gar nicht in Quarantäne müssen, wenn sie zum Beispiel durch den Profisport gedeckt werden dadurch. Und das finde ich, dann ist es halt schon schwer, wenn man in ein Hochrisikogebiet reist, dort dann einer Gefahr ausgesetzt wird, um danach wieder zurückzukommen und dann drei Tage später als Beispiel wieder im nationalen Sport zu spielen. Ja, also sozusagen Extrawurst, die da gebraten wird, flächendeckend für Profisportler oder Berufssportler, das missfällt dir und ich glaube, es gibt da eine zusätzliche, das war ja auch der Ansatzpunkt gestern in der Regierungspressekonferenz, dass da eine ungeheure Reisetätigkeit entfaltet wird. Das hat etwas mit den UEFA-Regeln, glaube ich, zu tun, weil die UEFA eben sagt, ja, bei internationalen Begegnungen ist es generell immer die Heimmannschaft dafür verantwortlich, dass ein Spiel stattfinden kann. Und wenn die Heimmannschaft unter Corona-Bedingungen, ist das eben so, kein korrektes Spiel im Heimstadium garantieren kann, dann hat sie das Recht, irgendeinen anderen Spielort zu suchen. Und das hat jetzt die kuriose Auswirkung, dass dann international auf einmal Spiele gar nicht mehr weder in der einen noch in der anderen Stadt oder Nation stattfinden, sondern man weicht dann in ein drittes Land aus. Ich glaube, Budapest ist im Moment relativ beliebt. Einfach dort, wo die Corona-Regeln und Restriktionen dann nicht so scharf gehandhabt werden oder überhaupt geringer angesetzt sind. Das bedeutet, in der Zeit, wo allgemein Reise- und Mobilitätsbeschränkungen verhängt werden, aus gutem Grund, führt das im Profisport dazu, dass umso mehr gereist wird. Ja, und das finde ich halt, ist halt, so gesehen wird die Politik gerade an der Nase herumgeführt. Weil man sich halt einfach sagt, ihr könnt ja diese Regeln machen, ist uns egal. Wir gehen halt einfach mal nach Ungarn oder nach Spanien, um ein Spiel auszutragen. Ja, so, jetzt haben wir festgestellt, dass uns das beiden missfällt. Wie sieht die Lösung aus? Ich denke jetzt halt einfach mal sehr, sehr hoffnungsvoll, dass man halt einfach sagt, man macht das halt dann wie im letzten Jahr, dass man im Sommer ein großes Turnier, das internationale Turnier abhält, in einem Land zum Beispiel, was ja auch geklappt hatte, in der Champions League und der Europa League. Und dass man dann halt in der Zeit davor wirklich nur den nationalen Betrieb am Laufen hält, dass die Vereine halt auch wirklich dann in Anführungszeichen wirtschaften können. Das wäre für mich eine Lösung, das würde aber wahrscheinlich auch nicht passieren. Vor allem, wenn man bedenkt, dass im Sommer eine Europameisterschaft in komplett Europa stattfinden soll. Ja, eben. Und dann? Wenn das nicht klappt? Ich weiß es halt leider nicht. Ja, ich auch nicht. Ich würde halt wünschen, dass es viel einfacher wäre, also dass man halt einfach sagt, ja, aus wie in manchen anderen Ländern, die einfach gesagt haben, jo, ihr macht jetzt gar nichts mehr, ihr haltet den Ball flach. Aber der Ball ist halt leider jetzt schon so weit am Rollen, dass der halt gar nicht mehr angehalten werden kann. Und sich die Vereine, sei es jetzt Fußball, Handball oder Basketball, sich erlauben könnten, was sie wollen, insofern sie die geeigneten Mittel haben. Jetzt könnte man ja sagen, wir kriegen das Problem dadurch zumindest reduziert, wenn wir Berufssportler, Alter hin oder her, für systemrelevant erklären. Und die können dann eben prioritär geimpft werden. Das, fände ich, wäre ein Riesenfehler, meiner Meinung nach. Also ein Sportler, der vielleicht Anfang 20 ist und nach Olympia reisen möchte, der sollte nicht vorher geimpft werden als die Lehrerin, die 46 ist und ihre Klasse unterrichten muss. Als Beispiel jetzt noch. Oder jemand, der aus dem Gesundheitskonzept kommt. Also die Impfstrategien müssen immer noch angepasst werden, aber sie sollten jetzt nicht so gelockert werden, dass Sportler priorisiert geimpft werden. Was kann denn passieren damit, also ich verstehe dich so, dass du offenbar auch als Sportfreund, so nehme ich dich wahr, Du möchtest schon auch gerne, dass auch weiterhin Hochleistungssport stattfindet. Vielleicht guckst du ja auch gerne, wenn das möglich ist. Aber dir behagt es nicht, wenn da sozusagen unter Corona-Bedingungen Regeln gröblich unterlaufen oder nach Belieben gedehnt werden, richtig? Genau und vor allem, wenn halt wirklich offiziell gesagt wird, für uns muss eine Extrawurst gelten. Was kann die Öffentlichkeit, was können Sportfreunde tun, damit Extrawürste vom Grill verschwinden oder gar nicht erst draufgelegt werden? Ja, wir müssten halt uns mehr, also mehr protestieren, aber das geht ja halt jetzt auch nicht, weil wir dürfen ja jetzt nicht rausgehen oder so. Also es ist für die Gesellschaft relativ schwer, finde ich, in diese Blase einzutreten oder die Eingriff zu nehmen. Nur dafür sind dann halt die politischen Entscheider auch zuständig, meiner Meinung nach. Weil klar, wir können ja mit unseren Sorgen dann zu diesen politischen Entscheidern gehen. Nur ob sie dann halt auch umgesetzt werden oder auch angesprochen werden, liegt ja dann in den Händen von der Regierung als Beispiel. Das hat ja auch, also wir berühren damit auch in sehr tiefer Weise eigentlich die Gerechtigkeitsfrage. Wir hatten das ja auch in den vergangenen Gesprächen schon häufiger thematisiert, dass Erzieherinnen, Lehrerinnen, Menschen, die in den Supermärkten arbeiten, die werden nicht täglich getestet. Die können froh sein, wenn sie überhaupt jemals getestet werden und es nicht dann auch noch selbst bezahlen müssen. Dagegen die Profifußballer, die werden in aller Regel täglich, manchmal sogar im Stundenabschnitt dann nochmal getestet. Wie findest du das? Ich finde, da muss man das halt unterscheiden. Also ich vertraue jetzt mal der DFL, die sagt, die bezahlen die Tests selbst. Dass sie da die Anzahl alles kaufen und das alles auch selber machen. Wir wissen ja, dass die Testkapazitäten zurzeit noch gar nicht ausgereizt sind. Daher ist es für mich eher erschreckender, dass dann diese Menschen, die im Gesundheitsleben arbeiten, die beim Lieferdienst arbeiten oder ähnliches, einfach nicht die Möglichkeit bekommen, um an Tests zu kommen. Also die Politik sagt ja jetzt nicht, ihr werdet jetzt gefälligst jeden Tag getestet oder macht einen Schnelltest immer, bevor ihr auf die Arbeit geht oder ähnliches. Das kommt ja dann alles von der Politik. Und da ist es dann so, dass ich finde, da hat die Politik in Anführungszeichen versagt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Und wir haben jetzt beide sozusagen nicht die Lösung. Aber vielleicht ist da nochmal eine Aufmerksamkeit geschaffen. Jetzt war ich etwas abgelenkt, weil Praktikant Thilo mir einen Zettel reingeschoben hat. Ah, er hat einen Vorschlag. Er schreibt, für jeden Test beim Fußballer muss es fünf Tests, man könnte auch sagen zehn, für systemrelevante Menschen geben. Fände ich sehr gut. Würde ich direkt unterstützen. Ja, gut. Also dann sind wir schon drei. Hey, vielleicht melden sich da noch ein paar. Javi, sag mal, Javi oder Javi, hast du einen spanischen Background, wenn ich neugierig fragen darf? Genau, also meine Eltern kommen aus Spanien, aber ich bin in Köln geboren. Ah ja, ja, ja. Sehr schön. Und für welchen Verein schlägt dein Herz? Natürlich für den glorreichen Ersten FC Köln. Thilo lässt dir Beileid ausrichten. Okay. Javi, Javi, dank dir, mach's gut. Hat mich gefreut. Schönen Abend. Ja, naja, den wahren Fan erkennt man daran, Thilo, dass er auch dann zu seiner Mannschaft steht, wenn die dauerhaft, das trifft beim 1. FC Köln durchaus zu, wenn die dauerhaft nicht auf dem Sonnendeck des Profifußballs sich ahlen kann. Wie manch andere Vereine aus dem Süden der Republik das eher können. Geld, Thilo. So, das war Javi. Haben wir schon ein neues Gespräch in der Leitung? Ja, da hinten geht gleich ein Daumen hoch, das sehe ich. Okay, dann frage ich, hallo, hier ist Hans, wer ist dran? Hallo, hier ist Joana. Joana. Genau. Du bist wie alt, rufst von wo an, was möchtest du besprechen? Ich bin 34 Jahre alt und komme aus dem schönen Saarland und möchte über Assange und Nawalny reden. Aha. Ja, in welcher Weise? Ähm, ja, so ein bisschen die Personen gegenüberstellen und, ähm, ja, die Ähnlichkeiten vielleicht so ein bisschen raus visualisieren. Genau. Ja, dann stell mal gegenüber. Also, Assange, Nawalny, berühren die dich gleichermaßen oder in unterschiedlicher Weise? Gelten dem einen oder dem anderen mehr deine Sympathien und Aufmerksamkeiten? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich musste feststellen halt genau bei diesen zwei Personen, dass ich wenig Russland-kritisch bin. Mhm. Ähm, obwohl es da viel zu kritisieren gibt, das sehe ich auch. Ähm, ich habe in meiner Jugend halt viel mit, ähm, Russen zu tun gehabt und ich denke mal, das kommt auch so etwas daher. Ähm, allerdings hat mich der Fall Assange halt schon sehr berührt. Mhm. Ähm, ja, einfach wegen den unwürdigen, menschenunwürdigen Zuständen, so, wie er halt, ja, festgehalten wird im Grunde genommen immer noch, trotz Freispruch. Und, ähm, ja, halt so in der Medienlandschaft wie Nawalny in der Hinsicht, ähm, mal glorifiziert, nicht gerade, aber es werden so ein paar Sachen unter den Tisch gefallen lassen. Mhm. Du meinst seine, seine, ähm, zum Teil nationalistische und auch, ähm, mindestens rechtspopulistische, äh, politische Vergangenheit? Es gab auf jeden Fall Äußerungen, wo er sich da eindeutig so, äh, positioniert hat? Genau, richtig. Ähm, das habe ich auch erst vor kurzem erfahren, hat mich so ein bisschen schockiert. Ähm, gerade so die Ausdrucksweise Kakerlaken, also er hat sich ja so die paar Sätze, die ich da mitbekommen habe, nicht sehr direkt geäußert, sondern eher bildlich, aber, ja. Ja, es war auch, wenn man das, wenn man schon in diese Thematik reingeht, er hat sich zumindest in der Vergangenheit auch, ähm, homophob geäußert. Also, äh, also, äh, nicht unbedingt das, was man, sagen wir mal, einen lupenreinen Demokraten, ähm, nennen würde, zumindest von der, äh, von der Vergangenheit her. Ähm, ähm, und der, da, im Vergleich dazu, wer ist, wer ist Julian Assange für dich? Welche, welche Figur oder was verkörpert er? Ähm, ja, für mich verkörpert er jemanden, der für Gerechtigkeit kämpft, da ist aber auch eine Gemeinsamkeit, also die Befürworter beider Parteien sagen, sie kämpfen für Gerechtigkeit. Ähm, Assange in dem Fall halt für Transparenz. Ähm, mit Wikileaks, wobei man das halt auch kritisch sehen kann, also das sehe ich auch, ähm, ich finde beide Personen stellenweise schwierig. Ähm, ähm, Assange hat sich mit Sicherheit auch nicht, äh, als, als der Top-moralische Mensch, äh, in seinem ganzen Leben verhalten, mit Sicherheit nicht. Ähm, ähm, aber für mich ist er halt einfach jemand, der halt den USA gegenüber kritisch steht, in Sachen Kriegsverbrechen halt, ähm, was er ja da auch, äh, auf Wikileaks veröffentlicht hat. Mhm. Beziehungsweise sein Team und, ähm, ja, das schlägt schon so ein bisschen mein Herz für, dass, ähm, sowas auch weiterhin möglich ist. Also, das, äh, mundtot zu machen, indem man an ihm ein Exempel statuiert, äh, finde ich schon sehr schwierig. Mhm. Ich, ähm, nehme jetzt mal die Position ein, weil wir beide Personen oder auch beide Fälle, äh, auch beide juristischen Ebenen, ja, auch gelegentlich in der, äh, Regierungspressekonferenz, äh, thematisiert haben, äh, da sagt die Bundesregierung, ähm, im Falle Assange hat sie, ja, das ist ja ein Verfahren in einem Land, äh, also Großbritannien, äh, an dessen Rechtsstaatlichkeit wir grundsätzlich nicht zweifeln und wir vertrauen da, sozusagen, auf das Funktionieren des Rechtssystems, ähm, und sie sagen dann, im Grunde, nach dem, äh, das ist ja ein erstinstanzlicher Beschluss, der wird, kann, wurde ja, äh, noch angefochten, nach der Nicht-Auslieferungsentscheidung, da zeigt sich ja eigentlich, dass dieser Rechtsstaat oder dieser, ja, dieser Rechtsstaat Großbritannien funktioniert. Dagegen im Fall Nawalny, ich zitiere wieder, äh, Bundesregierung, sagen sie, was hier passiert, ist, äh, zum einen, dass mutmaßlich von staatlichen Institutionen, ähm, ähm, Anschläge verübt werden, äh, gegen, äh, Oppositions, gegen einen Oppositionspolitiker und das dann zum zweiten, äh, äh, Prozesse stattfinden, äh, die rechtsstaatlichen Kriterien in gar keiner Weise, äh, äh, genügen. Das sind, äh, sozusagen die grobe Position und deswegen würde jetzt die Bundesregierung sagen, ähm, ist unsere Stimme gegenüber dem einen Fall und dem einen Staat, nämlich in dem Fall Russland, lauter und entschiedener als gegenüber dem anderen Großbritannien. Was sagst du zu so einer Argumentation? Kann man so stehen lassen, muss man aber nicht. Also ich möchte es nicht so stehen lassen. Ja, nee, ich frage ja nach deiner, äh, ich frage ja nach deiner Position. Ähm, ja, also als das, ähm, als Herr Maas auch schon mal befragt wurde von, von einem Parteimitglied der Linken, als er das auch nochmal, äh, angesprochen hat mit der Rechtsstaatlichkeit, dass ich darauf vertraue und das war ja vor dem Freispruch, das dürfte so zwei Monate her sein, ähm, ja, mit, mit welcher Mimik und mit welchem Nachdruck er das gesagt hat, nachdem er nochmal nachgefragt hat, ähm, war halt so, da ist für mich so der Groschen gefallen, so, dass, dass man sich halt für ihn da in keinster Weise einsetzen möchte. Mhm. Naja, die Logik, äh, ich zitiere jetzt nochmal, oder ich versuche diese Position, äh, da jetzt zu referieren, ähm, die Logik dahinter wäre ja, dass man sagt, ähm, wir können dafür, oder wir gehen bis zum Beweis des Gegenteils ungefähr, davon aus, dass hier ein, äh, rechtsstaatliches Verfahren in Großbritannien funktioniert. Ähm, wobei man dann noch, das ist jetzt meine Position, mindestens sehr stark in Frage stellen kann, ähm, inwiefern man ein Auslieferungsbegehren verhandeln muss, ähm, in einem Hochsicherheitstrakt, äh, Gefängnis, wo die, die Verteidigungsmöglichkeiten, äh, von Assange mindestens erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht worden sind, ähm, aber immerhin, also da, da ist die Argumentation, dass gesagt wird, da haben wir es aber mit einem rechtsstaatlichen Verfahren zu tun, während, und dass die andere Position, ähm, in Moskau bei den, bei den, ähm, Verfahren gegen Nawalny, ähm, Rechtsstaat komplett, äh, draußen vorgelassen wird. Das ist so die, die, was, was würdest du zu einer solchen Argumentation dann sagen? Kann ich schon zustimmen, also, dass, ähm, die Rechtsstaatlichkeit nicht, äh, gegeben ist, äh, im Fall Nawalny in Russland, das, ähm, kann ich schon nachvollziehen, verstehe ich auch, dass auch die Stimmen da laut werden und auch, äh, unsere führende Politik, ähm, das, ähm, gegenübergestellt habe genau dem, was du gesagt hast, dass, ähm, die Art und Weise, wie, äh, Assange festgehalten wird, da würde ich mir einfach auch lautere Stimmen wünschen. Mhm. Lässt sich, würdest du sagen, dass wir es da mit, ähm, ähm, na, mit einer Doppelmoral oder zweierlei Maßstäben zu tun haben? Absolut, so war auch, äh, meine Anfrage per WhatsApp, ähm, mit zweierlei Maß, ähm, mit dem Wortwitz M-A-A-S. Ja, ähm. Liegt, liegt da. Genau, also das, ähm, sehe ich schon so, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Halt insgesamt einfach, ähm, auch die mediale Berichterstattung, ähm, was Russland angeht und dem gegenübergestellt USA, wo, ja, sich aus meiner Sicht einfach öfter weggeduckt wird. Mhm. Lässt sich, ähm, also wenn wir jetzt mal diese, diese Hypothese, Doppelmoral in der Außenpolitik, lässt die sich eigentlich, äh, grundsätzlich verhindern oder eigentlich nicht? In der Situation, wo, ja, auch weltpolitisch faktisch sich Lager bilden, ähm, da ist dann schon ein gewisser Druck da, wenn man nicht sagt, wir sind, wir gehören zu keinem dieser Lager, sondern sind, was weiß ich, irgendwas Drittes, was ganz Neutrales, wenn es aber diese geopolitischen Lager gibt, kann man dann überhaupt verhindern, dass man dann nicht doch mit unterschiedlichen, ähm, Schwerpunkten und Argumentationsweisen operieren muss? Offensichtlich nicht. Ähm, ja, ich verstehe halt, dass, ähm, wir da einfach bessere Beziehungen zu den USA pflegen. Ähm, ich breche das für mich halt immer so runter, ähm, ich stelle mir dann halt immer Klassenkameraden vor. Und, ähm, letzten Endes ist das alles menschlich, dass man einfach, äh, zu gewissen Lagern, ähm, sich mehr hingezogen fühlt und da auch mehr Nutzen draus ziehen kann. Das ist, ähm, logisch. Dann aber allerdings noch, ähm, jetzt in der, auf die letzten paar Meter quasi, Nord Stream 2 dann, ähm, abzubrechen. Ich bin jetzt nicht, äh, von vornherein eine Befürworterin davon, aber das ergibt für mich jetzt einfach keinen Sinn mehr, das jetzt wirklich als Aufhänger zu nutzen mit Nawalny, um das wirklich komplett abzublasen. Und, ähm, ja, da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Und das zwingt uns dann nochmal dazu, ähm, das Fracking-Gas. Ja, das ist, also, da würde ich jetzt als jemand, der sich so ein bisschen auch mit Energiepolitik, ähm, beschäftigt hat, da ist ja die Position, vor allem auch von Wissenschaftlern und Politikern, die sozusagen sich für Energiewende, äh, stark machen, die sagen ja, wir brauchen Nord Stream 2 nicht. Und wenn wir Nord Stream 2 nicht brauchen, zur, auch bei weiter fortschreitendem Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien, ähm, wenn man da Nord Stream 2 nicht braucht, dann braucht man auch kein Fracking-Gas. Also, das ist sozusagen die, wie ich finde, anzunehmende fachliche Argumentation. Also, diejenigen, ich meine, in Bezug auf Nord Stream 2, da gibt es jetzt möglicherweise so eine Art eigenartiger Koalition oder auch Widersprüchlichkeit, dass die, dass die einen sagen, ähm, jetzt soll aber Nord Stream 2 dann doch fertig gebaut werden. A, um nicht eine Sanktion gegen Russland zu machen. Und B, weil wir es ja doch brauchen. Während andere sagen, äh, ja, nee, wir brauchen es eigentlich nicht. Es war immer überflüssig und deswegen wäre es gar nicht schlecht, wenn es jetzt, äh, sozusagen dann tatsächlich auf den letzten Metern, ähm, dicht gemacht wird. Aber, äh, das ist ja jetzt nicht im, ähm, im Hauptpunkt, äh, unserer Debatte. Ähm, ich möchte nochmal, weil du sagst, ähm, also du stellst ja fest, ja, dass auf das eine wird mehr geguckt und ein schärferer Maßstab angelegt als beim, im anderen Fall. Ist es denn aber tatsächlich so? Also ich habe, ich führe so eine Diskussion auch in verschiedenen Foren und da ist mein Argument da und das wiederhole ich jetzt hier auch mal, dass ich sage, ähm, was wäre jetzt eigentlich, wenn wir, also wenn wir mal unterstellen, dass bei Nawalny das stattgefunden hat, wonach es nach Lage der Indizien aussieht, dass sozusagen staatliche Dienste versucht haben, einen, äh, Oppositionspolitiker ins Jenseits zu, äh, befördern. Was wäre, wenn in den USA, man versucht hätte, vor der letzten Präsidentschaftssaal, wenn da die CIA versucht hätte, Bernie Sanders, äh, mit, ich weiß nicht, ob mit vergifteten Unterhosen oder wie auch immer, ähm, aus der politischen Landschaft weg zu befördern. Meinst du nicht, dass das dann mindestens einen eben solchen Aufschrei oder eine mediale Aufmerksamkeit erfahren hätte, wie jetzt Nawalny? Mindestens weiß ich nicht, ähm, aber mit Sicherheit gäbe es da einen Aufschrei, ja. Also das möchte ich gar nicht in Frage stellen, dass, äh, das nicht der Fall wäre. Allerdings muss ich auch sagen, dass, ähm, ich das schon verstehe, wenn Putin sagt, äh, wenn das tatsächlich der Fall ist, äh, dann hätte man das auch zu Ende gebracht. Ja, aber du kennst auch das, du kennst auch das, das Argument, was regelmäßig, äh, gegen dieses, äh, Putin-Argument kommt. Ähm, das lautet dann nämlich, dass du sagst, ja klar, hätte man ihn auch unauffälliger um die Ecke bringen können. Die Frage ist eben, ähm, sollte es darum gehen, tatsächlich jemanden zu beseitigen? Oder sollte es darum gehen, einen dann auch öffentlich hochwirksamen, ähm, ein öffentlich hochwirksames politisches Warnsignal zu geben? Und dazu gehört eben dann auch, dass eine große Aufmerksamkeit erzeugt wird. Also dieses Argument gibt's dann, gibt's dann ja auch, ne? Also, dass, ähm, die Aufmerksamkeit einfach größer ist, indem man ihn halt nicht umbringen konnte? Beziehungsweise indem die Inszenierung sozusagen eine solche ist, die auf jeden Fall mit einer Wahnsinnsaufmerksamkeit verbunden ist. Denn wenn, wenn, wenn einer wie Nawalny, der natürlich auch unter internationaler Medienbeobachtung steht, wenn der während eines Fluges sozusagen mit Vergiftungserscheinungen, äh, dann stirbt, und so wäre es ja gewesen, wenn der Flieger, äh, nicht die, diese sehr blitzschnelle Zwischenlandung, äh, gemacht hätte, ähm, das hätte natürlich eine viel höhere Aufmerksamkeit, äh, erzeugt, als wenn er auf einmal einfach so tot gewesen wäre. Ja, aber ich meine, das ist, äh, das ist jetzt eine sehr spekulative Diskussion, die ich, die ich deswegen auch gar nicht, äh, ich meine, wir können, wir können sie nicht wirklich zum vernünftigen Ende führen. Ähm, was wünschst du dir eigentlich von sowohl deutscher Politik, äh, als auch von deutschen Medien in der Berichterstattung über diese beiden Fälle? Du hast ja, wir wollen ja nicht nur über Nawalny sprechen, sondern, äh, auch über Assange, das war ja auch dein Ansatz, dass du sagst, die beiden Fälle, die beiden Personen betrachten und gegenüberstehen. Was wünschst du dir? Ich, ähm, würde mir wünschen, dass, ähm, mehr über Nawaldys Hintergrund berichtet wird, ähm, und zwar auch in dem wiederholten Maße, wie man das bei Assange gemacht hat, Wo man ihn halt nicht gut dastehen lassen wollte, Stichwort, ähm, Vergewaltigungsvorwürfe in Schweden, ähm, ja, dass man das einfach nicht mal in einem Artikel bringt, sondern auch tatsächlich in einer Tagesschau, die, äh, ja, einfach sehr viel erreicht, weil ich dann auch immer drüber nachdenke, okay, äh, nicht jeder hat, äh, wirklich die Zeit, sich, äh, politisch zu interessieren, und, ähm, auch wirklich viel zu lesen, ähm, Familien mit Kindern, die gerade zur Zeit sowieso, äh, auf dem Zahnfleisch viel gehen, Und, ähm, bei Assange würde ich mir wünschen, hm, gut, da ist der Drops schon gelutscht, also da ist schon sehr viel passiert. Ist er das? Also im Sinne von, äh, er wurde schlecht geredet, so meine ich das. Naja. Genau. Aber er sitzt jetzt, äh, also er sitzt, äh, die, ich meine, Assange, finde ich, ist insofern überhaupt, äh, noch nicht endgültig entschieden, A, weil wir nicht wissen, wie die Entscheidung, wie gesagt, die USA haben Rechtsmittel eingelegt, wir wissen nicht, wie die nächste Entscheidung, ähm, aussehen wird, ähm, ich halte das immer noch für möglich, dass dann, dass, äh, das Gericht dann sagt in der nächsten Instanz, ja, jetzt, äh, hat sich das, was wir befürchtet haben in den USA, ähm, dass, äh, dass da Suizid, äh, dass er suizidgefährdet ist, wenn uns da versichert wird, nein, 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 äh, seine Bedingungen werden so sein, dass das nicht entsteht, dass dann ein englisches Gericht immer noch sagen kann, ja, wenn es dann so ist, dann liefern wir ihn doch aus. Also, ich halte das für, für, für überhaupt nicht möglich, insofern den Drops, ähm, halte ich da gar nicht für gelutscht. Du hältst es tatsächlich nicht für möglich? Ich halte es, ich halte es für möglich, dass ein englisches Gericht, ähm, in der nächsten Instanz sagt, wir liefern ihn aus. Das halte ich für möglich. Ach so, okay, gut, dann habe ich gerade den falsch verstanden. Ja, das ist auch meine Befürchtung. Ähm. Ähm, und das finde ich halt fatal für die eine Person, also für die Person Assange und, ähm, seine Familie und zum anderen, ähm, ja, für den Journalismus. Also, da ist für mich auch die Frage, die ich an dich stellen möchte, ähm, betrachtest du Assange überhaupt als Journalist? Für mich ist er ein Journalist, weil er, ähm, etwas macht, äh, gemacht hat, was für mich zu den, zu den Kernbegriffen von Journalismus gehört, nämlich Missstände aufzudecken. Ähm, ähm, er ist dabei sicherlich in, in dem Bereich dessen, was man Aktivismus, äh, nennt, äh, rübergegangen. Aber da gibt's, glaube ich, keine, keine feststehende Grenze. Also, das, was da jetzt konstruiert wird, dass gesagt wird, er hat ja in Wahrheit, er habe ja in Wahrheit Menschen zu Rechtsbruch verleitet und angestiftet. Darauf, äh, bezog sich ja die, die Anklage dann. Ja, genau, wegen Chelsea Manning. Ja, wegen Chelsea Manning. Ähm, das ist natürlich eine Konstruktion, die als, sagen wir mal, als Anwalt der US-amerikanischen Regierungsseite, ähm, man vermutlich so aufbauen muss. Ähm, als Journalist würde ich sagen, nein, wenn es darum geht, Rechtsbrüche, und, ähm, die, die, das, was Chelsea Manning aufgedeckt hat, waren für mich eindeutig Rechtsbrüche seitens, äh, des US-Militärs. Wenn es darum geht, das aufzuklären, dann, ähm, ist auch das, was Assange gemacht hat, legitim und teiljournalistische Arbeit. Das ist meine persönliche, ähm, Auffassung. Ja, kann man natürlich auch anders sehen. Also, das kann ich auch verstehen, dass es da verschiedene Lager gibt. Mhm. Und dass, äh, ihn da nicht jeder so betrachtet. Ja. Noch eine andere Frage. Ja? Ähm, was würde passieren, wenn wir, den gleichen Maßstab ansetzen würden? Also, sprich, ähm, ja, USA bei verschiedensten Sachen wie Kriegsverbrechen, Guantanamo, ähm, da, nicht an den Pranger stellen, aber zumindest mal, da der Aufschrei auch so groß wäre. Also, ich bin, äh, der Auffassung, dass, äh, dass das, was, äh, was, äh, was an Kriegsverbrechen und Völkerrechtsverletzungen, äh, äh, zu kritisieren ist, äh, zu kritisieren ist, öffentlich gemacht werden muss. Ähm, Guantanamo ist mit Sicherheit, äh, eins der Beispiele dafür, äh, die Drohnentötung, äh, oder auch Drohnenmorde, wie man das nennen will, ähm, sind, sind, sind ein zweites Beispiel. Da bin ich, äh, bin ich absolut, äh, dafür und dennoch, und das ist, deswegen ist das so schwierig, mit dem, äh, messen wir tatsächlich mit, mit zweierlei Maß. Ähm, wir haben es, ähm, aus meiner Sicht, ähm, ist Nawalny, wenn das, was es von den Indizien her zu sein scheint, oder auch andere Novichok, ähm, Tötungsversuche, die es nach meiner Auffassung Kenntnis auch gegeben hat, das hat schon eine sehr eigene Dimension. Und wenn, wenn jetzt gesagt wird, da dürfen wir aber nicht mit zweierlei Maß messen, dann würde ich schon fragen, wo haben wir auf der anderen, wegen der US-Seite, ähm, Vorwürfe, die damit wirklich direkt vergleichbar sind. Erst wenn wir das hätten, könnten wir, glaube ich, sagen, ah, hier wird dann doch mit zweierlei Maß, äh, gemessen. Ja, aber es ist von daher schwierig und ich kann nur sagen, ähm, auch für mich als Journalist und eigentlich für, für alle Journalisten, wir tun gut daran, wenn wir solche Stimmen wie deinen auch zuhören und uns überprüfen und sagen, Moment, glauben wir manchmal zu leicht dem, was sozusagen das, äh, das Narrativ, ähm, der eigenen Regierung ist, ähm, müssen wir nicht auch, äh, zuhören, was andere sagen. Also uns selbst die Frage stellen, wo, wo gewichten wir vielleicht, ähm, ohne genügend darüber nachzudenken. Man kann nachdenken, kommt dann vielleicht zum selben Ergebnis und sagt, es ist schon richtig, so zu gewichten, aber das Nachdenken muss sein. Mhm, ja, das stimmt. Johanna, ich danke dir. Ja, ich danke dir auch. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Ah, Thilo. Du, ich meine, das ist ja gut, das ist sozusagen eins der, eins der schwierigsten Themen, die man als Journalist überhaupt, ähm, behandeln kann. Und, ähm, ja, es ist komisch, man, gerade wenn man als Journalist aktuell arbeitet, dann, dann ist natürlich, man, man wendet dann gerade in der Aktualität, wenn alles schnell gehen soll, dann sind so automatisierte Prozesse und so weiter. Ja, klar, für das, was eigentlich nötig ist, nämlich die, die Reflexion, das eigene Tun, selbstkritisch zu, zu beurteilen, da ist nicht immer die Zeit dafür, aber man muss sie sich nehmen. Von daher, vielen Dank, Thilo. So, ein neues Thema, eine neue Stimme. Hier ist Hans, wer ist da? Hi Hans, hier ist Peer. Peer. Ich bin 31 und aus Berlin, mal gleich zu Anfang. Äh, ja. Ja, wo geht's dir? Ähm, es soll im Großen und Ganzen, naja, man könnte das so in zwei Themen gehen, man könnte das unter dem Überthema Familie zusammenfassen. Mhm. Und zwar zunächst mal um Geschlechterrollen in einer, äh, Klammer auf, jungen, Klammer zu, Familie. Mhm. Und zweitens zur Situation von Familien mit Angehörigen in Drittstaaten in der EU, jetzt, wo die Grenzen dicht sind, ja. Okay, womit möchtest du anfangen? Äh, ich würde ganz gerne mit dem Geschlechterrollen anfangen. Ja. Um das einfach mal fertig zu haben, das ist auch so ein bisschen das größere Thema, deswegen. Oder schauen wir mal, aber ich denke mal. Äh, ja, und zwar, ähm, also ich sollte vielleicht erstmal vorausschicken, dass ich jetzt, äh, immer von Männern und Frauen rede. Das ist dieses binäre Geschlechterbild. Ich weiß ganz gut, dass es in der Realität natürlich auch ein bisschen komplexer ist, aber jetzt so der Einfachheit halber rede ich mal nur von Männern und Frauen. Okay. Das war der Disclaimer. Genau. Äh, und mir geht's konkret darum, so, ich bin im Oktober Vater geworden. Glückwunsch. Und, danke schön. Äh, äh, und, äh, hab schon früher oft eigentlich, ich sag mal so, nicht, ähm, mich konkret dagegenstellen können, auch mal Vollzeitpapa zu werden. Mhm. Und hab das auch schon in diversen Gesprächen geäußert, äh, und bin damit meistens auf Verwunderung oder Lachen oder Stutzen gestoßen. Bei wem? Bei Gesprächspartnern einfach so im Freundeskreis und so. Hauptsächlich bei Männern? Ne, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also es kommt drauf an. Reaktionen sind unterschiedlich, aber ich sag jetzt mal unter Verwunderung oder Stutzen kann ich auch jetzt sowas einschließen, wie das, ähm, ja, Frauen dann eben sagen, ah, finde ich klasse, super und so. Also, aber so richtig einfach hingenommen hat das niemand. Mhm. Und ich hab mir Gedanken geweckt, naja, okay, da scheint irgendwie so ein Bild da zu sein, dass das nicht so normal ist, dass Papas auch einfach mal Vollzeitpapas sind und die Mama Vollzeit arbeiten geht, ne? Ja. Ähm, ändert, ändert, also du hast vermutlich diese, diese Diskussion in letzter Zeit, mutmaße ich mal, so ein bisschen intensiver, äh, ein bisschen intensiver geführt. Und, ähm, empirisch ist es ja, glaube ich, nach wie vor so, dass die Mehrheit der, wenn man's so, ja, wenn man's im Groben guckt, ist es schon noch so, dass die Mehrheit der Hauptverdiener in Familien sind dann doch nach wie vor die Männer. Ja, aber der Anteil von Frauen, wo, wo, wenn man schon so eine Rollenteilung hat, ähm, der Anteil von Frauen, wo Frauen die Hauptverdiener sind und die, äh, Männer in die Vaterrolle, ja, Vaterrolle gehen, der nimmt, glaube ich, also in die klassische, äh, der nimmt, glaube ich, zu, oder? Äh, äh, ja, ich nehm's auch an, also ich hab mal schon so ein bisschen reingeguckt jetzt beim Statistischen Bundesamt und hab da halt so Zahlen gefunden, wie 2016 und 17 waren, waren die Erhebungen hier, dass eben, ähm, 90 Prozent der Männer mit oder ohne Kind erwerbstätig sind, mit 45 Jahren. Und bei Müttern ist es bei 45 Jahren, ähm, ähm, erst ungefähr gleich. Also es gibt so die Kurven, die treffen sich dann so, aber dort sind es auch nur 80 Prozent. Mhm, 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 mhm. Äh, und einen besonders krassen Unterschied habe ich bei Frauen mit 25 Jahren gefunden, die circa 40 Prozent weniger häufig erwerbstätig sind als ohne Kind, also Mütter. Mhm. Was ja schon einen ganz schön krassen Unterschied ausmacht, wenn man sich überlegt. Also und was auch ganz interessant war, ist, dass die Kurve 2016, ähm, bei Männern und Frauen, ähm, ohne Kind ziemlich gleich verläuft. Also da scheint es eben schon so eine, also eine, ich sag jetzt mal Gleichberechtigung zu geben, aber es ändert sich dann halt, wenn es um die Kindererziehung geht. Also unterm Stich heißt das, wenn es um Kindererziehung, äh, geht, dann haben wir doch überwiegend noch das alte Rollenbild ist Frauensache. Ja, ja, genau. Und da geht es jetzt nur um die Erwerbstätigkeit. Ja, ja. Also der richtig krasse Unterschied liegt noch darin, dass Väter, wenn sie erwerbstätig sind und mit Kindern in einem Haushalt leben, zu 90 Prozent in Vollzeit arbeiten und Mütter zu 69 Prozent in Teilzeit. Also das sagt ja dann auch schon, wer die Erziehungsarbeit macht. Ja, ähm, wenn du das, wenn du das, äh, so feststellst und empirisch, ähm, untermauern kannst, was bedeutet das jetzt für dich, für den jungen Vater oder die junge Familie? Ja, ja, also erst mal, weil du mich vorhin auch gefragt hast, ob ich diese Diskussion jetzt in letzter Zeit öfters geführt habe. Ähm, ich und meine Frau hängen beide mit unseren Jobs an der Kulturbranche. Also bei uns ist jetzt gerade nicht so viel mit Arbeit. Aber, ähm, aber ich bin jetzt für zwölf Monate in Elternzeit gegangen und sie nur für zwei, was schon relativ ungewöhnlich ist. Also, das sagt aber noch nichts darüber, außer, ob jetzt, äh, eine oder eine von uns in Vollzeit spät arbeiten wird oder vielleicht wir beide in Teilzeit. Das gibt's ja auch noch. Das wird sich ja jetzt noch rausstellen, weil ich meine, was ich vorhin gesagt habe, sodass ich mir vorstellen kann, Vollzeitpapa zu werden, das ist ja nur meine Seite. Es gibt ja auch noch die Mama, die vielleicht ganz gerne auch Vollzeitmama wäre. Das gibt's ja auch. Wie regelt ihr das in der Familie? Ich meine, wie läuft das Gespräch darüber? Ähm, also meine Frau ist Russin und, also auch russische Staatsbürgerin ist erst vor zwei Jahren nach Deutschland gezogen. Ähm, und dort gibt's dieses Thema so wie in Deutschland gar nicht. Also da ist es tatsächlich so, dass, ähm, die meisten Männer noch so erzogen werden, dass wenn sie zu Hause Haushaltsarbeit, also das weiß ich jetzt von ihr, wenn sie zu Hause Haushaltsarbeit erledigen wollen, dann einfach irgendeine Frau aus dem Haushalt kommt und ihnen den Besen sozusagen auf der Hand reißt. Na klar, das musst du doch nicht machen. Also da sind wir jetzt in Deutschland schon ein bisschen weit. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es dort schon auch so, das ist halt ein ehemals sowjetisches Land und ihre Oma und ihre Mutter waren beide, ähm, voll berufstätig, auch ziemlich erfolgreich berufstätig. Und, ähm, so in der Familie ihrer Oma zum Beispiel, da hat sich auch der Papa um die Kinder gekümmert. Mhm. Ähm, trotzdem gehen sie anders mit dem Thema um. Also es gibt dann schon so das Besprechen, das hat dann schon auch erstmal so ein bisschen, ja, hin und her pendeln gebraucht, dass wir so auf einem Level über dieses Thema sprechen konnten. Mhm. Ähm, ja, genau. Weil du, weil du sagtest, äh, du denkst sozusagen über, ähm, Geschlechterorientierung und Rollen nach. Ähm, also Nachdenken heißt ja meistens, dass man, dass man, die Gedanken, äh, kursieren dann darum. Man, man, äh, guckt sich etwas von der einen Seite und von der anderen Seite an. Welches sind da die unterschiedlichen Positionen, die du bei diesem Nachdenken in dir behältst? Betrachtest oder wählst? Kannst du die definieren? Mhm. Also meine Position jetzt so auf Anhieb zu definieren, das, ja, weiß ich nicht. Ich kann ja mal anders anfangen. Ja. Also, ähm, ich komme aus dem, was man so ein Volksmann, eine Arbeiterfamilie nennt. Mhm. Ähm, also jetzt nicht gerade Bildungshintergrund. Mhm. Aber, ähm, meine Mutter und auch viele so in ihrem Freundeskreis und auch im Bekanntenkreis von uns ist schon Feministin auf jeden Fall. Obwohl sie zu Hause die volle, ähm, Erziehungsarbeit übernommen hat. Aber ich bin schon immer mit der, ja, feministischen These im Hintergrund. Ja. Bei uns gab's keinen, nee, nee, leg den Besen weg, das machen Männer nicht. Da gab's eher, jetzt nur da auch mal den Besen in die Hand. Ähm, das ist als Mann nichts Besseres. Ja. Also, ja, ja. Von daher, ähm, sag ich mal, bei mir ist die Hemmschwelle, ähm, mich auch, auch selbst als Feminist zu bezeichnen in gewissen Situationen nicht so hoch, weil ich halt nicht so, ja, ich hab kein so ein Bild, was eigentlich, äh, in der großen und ganzen Bevölkerung, also in der Bevölkerung im Großen und Ganzen kursiert. Ähm, und da würde ich jetzt auch ganz gerne zu einem, also zum anderen Aspekt davon überschwenken. Ja. Und zwar habe ich, ähm, ja, letzte Woche das Gespräch mit Yves gehört. Ja. Und, äh, da ging's ja auch um Feminismus. Und jetzt ist es so, also ich studiere, ähm, Anglistik und Germanistik, also eigentlich Englisch und deutsche Philologie. Und deswegen würde ich mich mal ganz gerne mit dir über den linguistischen Aspekt von Feminismus unterhalten. Nur zum. Weil, also, ähm, nur nochmal, um nochmal zurückzugehen zu dem letzten Thema, einen Punkt, den ich jetzt fast unterschlagen hab, ähm, also, um das abzuschließen, ich hab so ein bisschen das Gefühl, es wird ja oft über die Gläser in der Decke gesprochen, wenn's so um den Gender-Pay-Gap geht und so. Und es gibt aber, das hab ich jetzt auch rausgefunden, auch ein Gender-Care-Gap, also, eben, dass Frauen 50 Prozent mehr Zeit mit Hausarbeit und Kinderbetreuung verbringen und bei 34-Jährigen sogar 110 Prozent mehr. Und da hab ich mich gefragt, gibt's eigentlich auch einen gläsernen Boden, also sozusagen eine Schwelle nach unten, wo Männer denken, wenn ich da durchbreche, dann bin ich kein richtiger Mann mehr. Also, bei Hausarbeit und Kindererziehung und so. Hast du den Eindruck, ähm, aus Gesprächen mit, mit, äh, anderen Männern, dass das so sein könnte? Ja, also, gerade wenn's darum geht, also, ähm, eine Sache zum Beispiel, die mir jetzt, vor kurzem hab ich so einen zufälligen Bericht gelesen, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es war irgendein Firmenboss aus Silicon Valley, der, ähm, sich entschieden hat, Vollzeit-Papa zu sein und die Berufstätigkeit seiner Frau zu überlassen. Und in diesem Artikel ging's hauptsächlich darum, dass er das macht, weil seine Frau besser verdient. Und da hab ich mir mal gedacht, das ist auch in so privaten Gesprächen oft das Ding, wenn's dann in Elternzeit geht und so, dann wird halt überlegt, ja, wer verdient mehr und dann macht's der oder in ganz seltenen Fällen diejenige. Aber es ist halt tatsächlich so, dass meistens der Mann mehr verdient, was man auch nicht vergessen darf. Findest du das, ja, ne, red weiter. Ja, ja, ich denk schon, dass es auch so einen gläsernen Boden gibt, weil, ähm, es gibt ja auch die Care-Berufe, in denen auch viel mehr Frauen tätig sind und es geht ja auch nicht nur um die Pflege von Kindern oder Pflege in Wundfunkzeichen um die Erziehung von Kindern, sondern auch um zum Beispiel Pflege von Angehörigen, die dann älter sind und so. Ja. Da hab ich jetzt keine Zahlen gecheckt, aber gefühlt machen das auch Frauen. Ja, ja, das ist so, dass auch in den Pflegeberufen, also sowohl in den Berufspflegern sind, glaube ich, nach wie vor deutlich mehr Frauen als Männer tätig und dann in der pflegerischen Tätigkeit auf jeder Ebene sind's, soweit ich weiß, auch immer noch deutlich mehr Frauen als Männer. Es wird häufig dann ja damit erklärt, dass das mehr die Natur der Frau sei, die Vorsorge und so weiter. Das halte ich für wirklich großen Quatsch, sondern da denke ich, das hat wirklich sehr viel mehr mit gelernter kultureller Erfahrung und Erziehung zu tun als alles andere. Ja, und jetzt ist die Frage, wie überwinden wir das? Ja, genau. Irgendwie muss ja mal das überwunden werden, weil ich hab jetzt schon auch bei dir auch rausgehört, dass du ja durchaus auch dich mit feministischen Positionen auch oder mit denen sympathisierst und auch dafür bist, dass es eben Gleichberechtigung gibt und so weiter und so fort. Ja, ich sag mal, dass du dich aus sprachlichen Gründen nicht selbst als Feminist bezeichnest. Das ist richtig, habe ich richtig verstanden. Ja, das ist im Wesentlichen richtig, ja. Ja, das fand ich ganz interessant, weil ich hab jetzt, ich hab dann halt mal überlegt, du bezeichnest dich aber schon auch als Journalist. Ja, und so rein grammatisch ist die Bildung von Journalismus und Feminismus jetzt nicht so groß unterschiedlich, sind beides französische Substantive, die mit einem Ismus nochmal sozusagen substantiviert werden im Deutschen. Ja, ja. Und hab da eben mal reingeguckt und ja, der Ismus eben, das ist ja klar, was der macht, Adjektive oder Substantive, insofern ändern, dass es eine Geisteshaltung oder eine Erscheinung ausdrückt, also bezeichnet. Und für den Feminismus habe ich dann auch mehr so ein bisschen tiefer reingeguckt, auch in die Etymologie und so und würde dir ganz gerne mal so ein bisschen erzählen, was ich da gefunden habe, wenn es okay ist. Ja, fang an. Ja, also genau. Im Duden steht, dass der Feminismus eine politische Bewegung, gesellschaftliche oder geistige Strömung ist, die die Gleichberechtigung von Frauen sowie die Veränderung der traditionellen Geschlechterrollen und der männlich geprägten Lebensform und Kultur anstrebt. Der letzte Punkt ließ das Patriarchat sozusagen beenden. Genau. Von der Etymologie her meint das etymologische Wörterbuch von Wolke am Pfeiffer, was aus einem DDR-Wörterbuch entstanden ist, mittlerweile aber natürlich mehrmals auch überholt und so. Muss man da vielleicht dazu sagen immer noch. Das kennt das Wort Feminismus seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Und da fand ich ganz interessant, deswegen habe ich mir das rausgeschrieben, da wurde eben unter anderem für Feminismus ein übertretenes Eintreten für die Frauenemanzipation, Komma weibliches Verhalten bei, Klammer auf, Homosexuellen, Klammer zu Männern, postuliert. Also man sieht so ziemlich direkt nach der Entlehnung ist das erstmal so die Konnotation, die Feminismus hat. Ja, aber es ist in beiden Definitionen hat es eben sehr eindeutig, fokussiert es sich auf das weibliche Geschlecht. So, das ist beiden Definitionen, so wie du sie vorgetragen hast, gemeinsam. Und damit haben wir, finde ich, einen Unterschied, es ist zwar ein Ismus, ja, aber es ist ein Unterschied zum Journalismus, der sozusagen da gar keine Geschlechterbeziehung hat, sondern der eine Tätigkeit beschreibt. Also die beiden Sachen würde ich da nicht in einen Topf werfen wollen, aber... Also ich stimme dir da auf jeden Fall zu, was die Konnotation angeht. Ich würde das aber ganz gerne noch ein bisschen relativieren, weil es gibt den Feminismus ja nicht nur als Geisteshaltung, die die Gleichberechtigung oder Frauenemanzipation, Erabschaffung des Patriarchats, was auch immer für eine Stufe man da wählen möchte, sucht, sondern es gibt ja auch zum Beispiel Feminismus als literaturkritische Strömung. Also als philosophische Geistesrichtung. Ja, das gibt es, ja. Ja, ja. Und es geht mir eben genau darum, ich meine, ich will jetzt nicht dich irgendwie angreifen. Ich kann das schon ganz gut verstehen. Und ich sage auch nicht zu jedem, dass ich feminist bin. Ich mache das immer abhängig davon, worauf es ankommt. Und ich hatte früher da echt so ein bisschen auch Trouble mit, da meine Position zu finden und habe dann Inspiration gefunden bei einer sehr, sehr guten Kabarettistin. Sigrid Greig heißt die, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast. Nee, ich möchte nicht. Eine Berliner Kabarettistin, die auch Feministin ist. Ja, kann man sich im EK-Theater gerade auch online angucken, wer das mal googeln möchte. Kleine Werbung hier, wenn ich schon ihren Namen nenne, muss das erlaubt sein. Ja, die sagt auch nicht immer, dass sie Feministin ist, obwohl sie Feministin ist. Sie sagt das nur, wenn sie direkt danach gefragt wird. Ja. Und daraus habe ich mir dann gezogen, aha, es geht einfach darum zu wissen, wann muss ich jetzt mal Fahne bekennen sozusagen. Wann muss ich sagen, ja doch, ich bin Feminist. Wann muss ich oder wann will ich? Na, natürlich, wann will ich. Ich meine, müssen, ja, okay, nagele mich jetzt nicht auf den Begriff fest. Das habe ich jetzt nur so gesagt. Aber manchmal ist es auch ein Muss. Also manchmal sollte man schon auch fest dafür eintreten, wenn man zum Beispiel, also ich finde zum Beispiel, wenn man so eine Position beziehen muss und es darum geht, mache ich das jetzt, weil ich jemanden sozusagen damit auch mich hinter oder vor jemanden stellen sollte, dann ist es schon auch manchmal gut, wenn man auch als Mann sagt, ja, ich bin auch Feminist, um andere Männer, die vielleicht auf weibliche Feministen einhacken, zu entwaffnen. Das kann man ja auch machen. Ja, okay. Pass mal auf, Peer. Das ist, also die Botschaft ist sozusagen angekommen. Jetzt gucke ich aber auf meine Uhr und mir fällt ein, dass du gesagt hast am Anfang, du hättest noch ein zweites Thema. So ganz arg viel Zeit haben wir, weil wir planen ja immer so ein bisschen auch mit Längen. Ich möchte aber gerne dieses zweite Thema, dass der ja auch vielleicht wichtig ist, auch noch ansprechen. Ja, das wird auch hoffentlich ein bisschen schneller gehen, weil es da wahrscheinlich nicht so viel zu diskutieren gibt. Und zwar ist es so, also meine Frau ist Russin, das habe ich ja schon gesagt. Und wir haben jetzt im Juni geheiratet und ihre ganze Familie wohnt noch in Russland, in Moskau. Ja, und jetzt wissen wir ja alle, wie die Situation gerade ist. Die Grenzen sind zu, schon seit März letzten Jahres. Und uns hat das unmittelbar betroffen. Und ich finde einfach dieses Thema, da würde ich jetzt gerne dich mal fragen, ob du das gleiche empfindest. Ich finde, dieses Thema geht total unter. Also es wird zwar einmal über Grenzschließungen gesprochen und so, es wird aber nicht über die Millionen von Familien in Europa gesprochen, die Angehörige in Drittstaaten haben. Jetzt betrifft es mich natürlich ganz persönlich, deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen emotionaler als andere. Aber ja, wie würdest du das als Journalist, hast du das anders wahrgenommen? Ist dir das Thema oft untergekommen? Das ist oft besprochen. Es ist mir als journalistisches Thema überhaupt nicht präsent. Bestimmt wird jetzt jeder jemand sagen können, aber da und da stand das doch schon mal. Aber dass es sozusagen als ein größeres Thema in den Medien verhandelt würde, ne, glaube ich nicht. Ich nehme es privat wahr, weil ein guter Freund von mir so eine vergleichbare Beziehung frisch hat. Und die können sich jetzt eben auch seit einem Jahr sich praktisch nicht mehr sehen. Und das ist natürlich ein persönliches und menschliches für alle Beteiligten Drama. Das ist es einfach. Und also der gute Freund ist auch Kollege, der ist von daher auch informationsmäßig völlig im Film. Und der sagt, ja, ich weiß ja, warum diese Restriktionen nötig sind und gemacht werden müssen. Und trotzdem ist es ein Drama. Und das wäre die Position, die ich da jetzt auch hätte oder keine bessere wüsste, wo ich sagen würde, ja, wenn man die weitere Ausbreitung der Pandemie einschränken will, kommst du um Restriktionen, um Kontakteinschränkungen einfach nicht rum und dennoch ist es ein Drama. Und dann soll wenigstens diese Ebene des menschlichen Dramas auch öffentlich werden. Und man muss sich darüber austauschen können. Ich will ja nicht sagen, dass das dann sozusagen schon hilft, aber es ist dann wenigstens präsent. Und es hilft vielleicht dann dabei, dass man sagt, wenn es dann wieder darum geht, wie kann man Situationen verbessern, wenn es Erleichterungen wieder geben kann, wie sorgt man dafür, dass die nicht als Letzte sozusagen dann drankommen, sondern auch prioritär. Wenigstens dafür kann so eine öffentliche Aufmerksamkeit richtig und notwendig sein. Also da bin ich wirklich völlig bei dir. Ja, genau, deswegen würde ich jetzt ganz gerne auch mal hier die Bühne so ein bisschen nutzen, um da mal ein Licht draufzuwerfen. Da wir ja schon, wie gesagt, du hast es ja schon erwähnt, zeitlich nicht so viel Zeit haben, lasse ich jetzt mal unsere persönliche Geschichte mal aus. Nur vielleicht so viel sei gesagt, also mit der Geburt im Oktober habe ich ja schon gesagt. Und die Hochzeit war im Juni. Und im Juni, das ist halt so eine Sache, wo, also ich habe vorhin ein bisschen mitgehört, so davor ging es ja auch um zweierlei Maßmessen. Und hier ist es auch ganz ähnlich mit den zweierlei Maßen. Nämlich, also erstmal muss ich natürlich wieder Disclaimer, ich habe auch nichts gegen diese Einschränkungen, sage ich mal. Ich verstehe absolut, dass es nötig ist. Und ich verstehe auch, wie krass, schnell und rasant dieser Virus sich verbreitet hat und immer noch verbreitet, also darum geht es mir nicht, das irgendwie jetzt so generell, so pauschal abzuschmettern, sondern es geht mir eher darum, tatsächlich mal das zu beleuchten, wer eigentlich einreisen darf aus Drittstaaten und wer nicht. Es ist nämlich so, dass Geschäftsreisen bis heute noch erlaubt sind. Also die waren die ganze Zeit erlaubt unter bestimmten Bedingungen. Und wenn ich mir hier so in den Gesetzesentwurf vom Bundesministerium für Inneres einlese, dann sind zum Beispiel auch Besuche von Messen erlaubt, Vortragsreisende, was man locker online machen könnte, sind erlaubt. Also im Großen und Ganzen kann ja jeder sich auch mal gerne persönlich anschauen. BMI, wie gesagt, unser lieber Herr Seehofer hat da mitgewirkt. Wobei man sagen muss, das ist ein europäisches Gesetz. Also kann jetzt nicht nur Seehofer zuschreiben in seinem Ministerium. Aber bei Familien, das ist hier ganz kurz, das würde ich ganz kurz gerne vorlesen, da geht es darum, dass Verwandte ersten und zweiten, also die Kernfamilien, das heißt minderjährige Kinder und Partner dürfen einreisen, unbeschränkt, wenn sie ein Visum bekommen. Aber Drittstaatsangehörige, Verwandte ersten und zweiten Grades, die nicht zur Kernfamilie gehören. Das heißt hier, Achtung, volljährige Kinder ist auch nicht mehr Kernfamilie. Eltern volljähriger Kinder, Geschwister und Großeltern, die dürfen nur bei zwingenden Familiengründen einreisen. Und das sind, dieses Gesetz hat irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, ich glaube im August oder September hat sich das geändert. Ab dann war das möglich. Davor war es überhaupt nicht möglich. Deswegen konnte zur Hochzeit auch kein, nicht mal die Mutter kommen oder der Vater von meiner Frau, was ich schon ganz schön krass finde, wenn man sich überlegt, dass Menschen noch zu Konferenzen liegen dürfen und nur nachweisen müssen, dass sie da eine Rede halten. Und die zwingenden familiären Gründe sind Geburten, Hochzeiten, Todesfälle, Beerdigung oder besondere Ausnahmefälle, in denen zwingender familiärer Grund vorliegt, zum Beispiel schwere Erkrankungen. Ja, genau. Und das war es schon. Und das ist halt die Sache, die ich krass finde. Also da muss ich schon sagen, da wird tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen. Peer, du hast da ein paar Finger in mehrere Wunden gelegt. Dafür danke ich dir. Ja, ich danke dir für das Gespräch. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Und die, ja das stimmt, also es wird eben da und da schließt sich jetzt im Grunde wieder der Kreis oder geht die Beziehung zu dem, was wir auch bei dem Fußballthema vorher hatten. Also da, wo es sozusagen der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes dient, da sind anscheinend Ausnahmen leichter möglich als in anderen Fällen, wo es nur, ich beachte die nur, um menschliche Beziehungen geht, die eigentlich, finde ich, dann doch die wichtigeren sind. So, haben wir schon ein neues Gespräch? Ah, wir brauchen noch 30 Sekunden, höre ich gerade. Gut, dann mache ich an dieser Stelle den Werbehinweis in eigener Sache, weil wir ja auch schon über Geld geredet haben. Dieses Format, wie alle anderen dieses Kanals, gibt es nur durch eure Unterstützung, wie ihr dazu beitragen könnt, dass es das auch in Zukunft gibt, wisst ihr, seht ihr. Und im Abspann nachher werden alle diejenigen, die im vergangenen Monat 20 Euro und mehr zur Verfügung gestellt haben, namentlich erwähnt. Das könnt ihr auch, wenn ihr nicht sowieso schon dazu gehört. So, das war unser eigener kleiner Werbeblock und wer ist jetzt dran? Hier ist Hans, hallo. Hallo Hans, guten Abend, hier ist Friedrich. Friedrich. Ja, ich rufe dich aus den tiefsten Schneewellen des Bergischen Landes an. Ich weiß nicht, ob du dich vor euch in Berlin bist, ob du ins Studio noch rein oder rauskommst. Ja, bei uns geht es schon noch. Ich bin heute mit dem Fahrrad, aber witzigerweise ins Büro gefahren. Das war eine kleine Abenteuertour, aber wie du siehst, habe ich es heil überstanden. Friedrich, worum geht es dir? Hans, ich weiß nicht, ob du überhaupt noch die Lust und die Leidenschaft und die Wachheit aufbringst, dich mit Vorstandsbeschlüssen der SPD auseinanderzusetzen. Lust, Leidenschaft, weiß jetzt nicht. Braucht man das, um sich mit Vorstandsbeschlüssen der SPD auseinanderzusetzen? Also die Wachheit ist auf jeden Fall da. Das ist dein Thema. Ja, ich bin so ein bisschen geflasht, weil ich mir heute in großer Länge die Verkündung von Olaf Scholz für das Wahlprogramm der SPD in diesem Multimedia-Wahljahr angehört habe. Und er hat vier Missionen bekannt gegeben. Mission 1 ist den menschgemachten Klimawandel stoppen. Mission 2 ist moderne Mobilität, Mission 3 ist, da wird es schon richtig spooky, digitale Souveränität und Mission 4 ist Verbesserung im Gesundheitswesen. Das ist das Wahlprogramm der SPD. Was hättest du gewettet? Ich hätte, also bei der SPD, finde ich, verbieten sich Wetten, weil... Du meinst jetzt so niemals in ein fallendes Messer greifen oder ist es mehr so eine Wirecard-Affektion? Ach nein, es ist, du kennst ja auch Albrecht von Lucke ganz gut und glaube ich jedenfalls, ne, Friedrich? Und der hat ja immer den schönen Satz, mit dem er fast legendär geworden ist, der Verlierer ist die SPD. Also wenn man, es ist eine so einfache Wette bei der SPD und das, ich will jetzt nicht Kübel von Häme und Spott ausgießen, das gehört sich ja nicht, wenn jemand schon sozusagen am Boden liegt, aber fast alles, worauf man da wetten kann, trifft in ungünstiger Weise zu. Ja, aber das ist, Hans, das ist genau mein Punkt, weswegen ich auch gerne deine Einschätzung hören würde. Es gibt ja so Leute, die können alles richtig machen und am Ende lacht das Publikum. Also ich sag mal, die SPD als Berti Vogts unter den Bundestagsparteien oder denken wir an Rudolf Scharping und schauen wir heute auf sein Bundestagswahlergebnis von 36,2 Prozent. Und bei der SPD würde ich auch in dieser Legislatur sagen, sie hat halt sowas Hausmeisterhaftes, träumt immer noch davon, Schuldirektor zu werden, aber eigentlich ist sie immer nur schuld, wenn das Jungs-Klo verstopft ist. Und eigentlich still und leise macht sie diese mechanischen Arbeiten im Maschinenraum. Sie erhöht das Kindergeld, sie kümmert sich um eine Grundrente, sie erhöht das Kurzarbeitergeld unter Corona und so kannst du die Liste lange fortsetzen und am Ende steht, dass sie noch fünf Prozent verloren haben. Und ich höre zumindest, dass selbst Sozialdemokraten sich das absolut nicht mehr erklären können. Ja. Jetzt du. Jetzt ich. Letzte Hoffnung. Ich habe ja nie versucht, SPD-Vorsitzender zu werden. Du glaube ich auch nicht. Also, Friedrich, es mag jetzt den einen oder anderen bei unseren Zuhörern oder Zuschauern geben, sagen, die Stimme kenne ich doch, die Stimme kenne ich doch. Magst du selber sagen, welcher Friedrich du bist? Also, deine oder meine? Also, wir können positiv ausschließen, dass ich Friedrich Merz bin. Ja. Na gut. Da macht sich sicherlich auch viele Sorgen um die SPD. Nein, Küppersburg. Ja. Das war für diejenigen von uns, die dich kennen, relativ früh klar. Ja. Aber du siehst, wie groß mein Grad der Verzweiflung ist, dass ich sage, jetzt muss ich einen erfahrenen Kollegen anrufen, weil wir bilden jetzt eine Selbsthilfegruppe enttäuschter Altsozialisten. Ja, oder hilfloser Journalisten, weil das Narrativ ist ja nicht mehr zu erkennen. Normalerweise wird etwas oder jemand oder zum Beispiel eine Organisation runtergeschrieben, weil das so einen Spaß macht und weil sich alle, du hast es angesprochen, in Häme und Sport und so Teasen übergeben und irgendwann tippt das dann unten auf und dann beschreibt man den Aufstieg wieder und den Punkt, ich weiß nicht, siehst du ihn? Nein, ich sehe den, ich sehe, nö. Völlig trostloses Gespräch hier. Weiß ich gar nicht. Also Realismus ist doch nie trostlos. Trostlos ist es ja eher, wenn man Illusionen hat und dann sozusagen aus Illusionen geborene falsche Hoffnungen hegt und dann geht es runter. Also dann guckst du wirklich ins tiefe Nichts. Demgegenüber finde ich das Gespräch, was wir jetzt gerade haben, überhaupt nicht trostlos. Hast du eigentlich, ich will aber auch gar nicht sozusagen, weil du ja nach meiner Position fragst und so weiter. Du bist im Übrigen mindestens so erfahrener Kollege wie ich. Wir sind ja fast eine Alterskohorte, wie man heute sagt. Hast du eigentlich das Gespräch mit Habeck gesehen hier, das Thilo geführt hat, vor zwei Wochen glaube ich? Nicht in voller Länge. Okay, aber bei Habeck fand ich interessant, wie übrigens auch sein Buch, dass er sozusagen ziemlich selbstkritisch beschreibt, wie Politik, auch linke Politik, wenn man das mal für ihn als Anspruch gelten lassen will, bisher gemacht wurde, eigentlich an die Wand gefahren ist. Nämlich eine Politik, die so tut, als hätte sie die Dinge im Griff. Wir erkennen die Probleme und hier treten wir an als Problemlöser. Da sagt er, und diese Form von Politik funktioniert unter gesellschaftlichen Verhältnissen, die so sind, dass sie in einer extremen Beschleunigung, in einer extremen Widersprüchlichkeit fast alle halbe Stunde eine neue Mutation hervorbringen. Da funktioniert das einfach nicht mehr. Und seine These ist, dass er sagt, Politik muss sich eigentlich zu dieser Widersprüchlichkeit der Verhältnisse bekennen und muss auch sagen, wir können eigentlich nur, und der Fachbegriff heißt dann Resilienz, wir müssen lernen, diese Widersprüche auszuhalten und dann zu sagen, wie können wir sie in der jeweiligen Situation halbwegs verhandeln. So, also das Bekenntnis zum Widerspruch und zur, wenn man so will, zur nicht mehr hinreichenden Planbarkeit der Lage. Und ich glaube, die SPD, die ja, ich meine, es ist die älteste deutsche Partei, die gibt es seit über anderthalb Jahrhunderten, die ist eben immer noch in der Tradition dieser Parteien, die dachten, wir können die Zukunft wirklich planen. Wir machen ja einen Parteitag und einen Beschluss und ein Programm und dann kommen wir an die Macht und dann muss sich die Wirklichkeit dieser Macht fügen. Und so ist es aber nun wirklich nicht mehr und deswegen finde ich, sowohl programmatisch als auch personell und Personen sind in dem Fall eben nicht einfach nur Horse Race mäßig Personen und macht geile Typen, sondern die sind auch Träger von Programmatik. Da fehlt es der SPD für mich an beidem, wirklich an beidem. Ja, okay. Okay, ja. Jetzt ist wirklich die Selbsthilfegruppe der weißen alten Männer. Habeck ist natürlich die Art politischer Vertreter, die heute gegen die SPD-Spitze putschen würde, wenn nicht damals Brandt und Wehner und Schmidt die Grünen zu Scharen weggetrieben hätten. So ist es. Es ist letztlich ein bleibendes Verdienst der 70er, 80er Jahre SPD, die Grünen gegründet zu haben im Grunde, indem sie auch den Jusos rumgedroschen haben und die Grünen weggeschickt haben. Da war Brandt der Letzte, der versucht hat, die zu integrieren. So ist es. Aber da erzähle ich jetzt einen alten Hut. Gerade aus dem Grund finde ich aber bei den Grünen inzwischen auch die Grenze zwischen Resilienz und Beliebigkeit überschritten. Also ich war ein begeisterter Anhänger der Grünen als Pazifist und Zivildienstleister und heute ist das die militaristischste Partei, die wir haben. Also siehe auch, was du heute schon gestreift hast in deiner Show, die Ostpolitik. Also die Grünen würden heute in Sachen Umgang mit dem Osten Willy Brandt aus der Partei schmeißen müssen, so ist deren Partei und deren Position. Das glaube ich nicht, aber da hätte ich jetzt eine andere Auffassung, weil da sind die Grünen eigentlich ein Stück weit eher, das wäre meine These, dran an linken Bürgerrechtspositionen, die du in vielen osteuropäischen Ländern findest, die relativ kritisch und wegen mir auch voreingenommen gegenüber Russland sind, die auch eine gewisse Tradition haben. Und dass die, dass das in Russland, und man darf nicht vergessen, Putin war vor 20 Jahren auch, das haben wir beide miterlebt, war auch im Westen ein großer Hoffnungsträger. Naja, Putin war auch im Deutschen, Hans Putin war im Deutschen Bundestag und hat auf Deutsch gesprochen und hat sich verneigt und hat eigentlich versucht, an das Go-Web-Softwort von dem gemeinsam Haus Europa anzuknüpfen und das ist ihm herzhaft in die Fresse geschlagen worden. Also das sind ja prozesshafte Entwicklungen. Ja genau, aber daran wollte ich genau anknüpfen und sagen, er war mal, er und Russland waren sozusagen nach dem Ende des Kalten Krieges, zeitlich dokumentiert durch Mauerfall, war so ein ein Fenster einer im positiven Sinne neuen Weltordnung. Und dieses Fenster ging dann relativ schnell, da würde ich jetzt sagen, durch Fehler beider Seiten hat sich dieses Fenster relativ schnell wieder geschlossen. Und die neu verhärteten Verhältnisse, die wir jetzt haben, das sehe ich bei den Grünen schon eher so, nicht, dass das die kriegslüsternsten von allen sind. Und wenn Willy Brandt heute leben würde, könnte es ganz gut sein, dass er auch so eine relativ harte Position hätte. Aber ich will das nicht, ist eine These von mir. Also Hans, ich bin jedenfalls beeindruckt, wenn ich dich frage, was machen wir mit der guten alten Tante SPD, dass du innerhalb von fünf Minuten bei einer Wahlempfehlung für die Grünen bist. Nö, ich bin nicht bei einer Wahlempfehlung für die Grünen, sondern, Herr Kollege Journalist, wollen wir doch präzise bleiben, du hast eine These in Bezug auf die Grünen aufgestellt, der ich inhaltlich widersprochen habe. Das ist keine Wahlempfehlung, aber wo wir schon dabei sind. Weißt du denn schon, was du im Herbst wählst? Tja, ich lebe ja in Dortmund und da übe ich auch mein Wahlrecht aus. Und ich habe tatsächlich im näheren Bekanntenkreis Menschen, die über viele Jahre, viele Merkel-Jahre CDU gewählt haben mit der Begründung, in Dortmund ist das eine Widerstandshandlung. Also das ist so kurz vor Dissidenz. Das Ergebnis ist, dass die Sozis auch dieses allerletzte Rathaus beinahe verloren hätten. Und ja, ich mag den Hausmeister. Also Schuldirektoren kommen und gehen, aber die richtig zumachen muss die Schule, wenn der Hausmeister streikt, wenn nicht sowieso gerade Corona ist. Also ich werde das weiter inzwischen. Es ist ja so, also wenn jemand lang genug ein Loser war und wenn es wirklich sehr uncool ist und alle dich auslachen, dann kommt dieser Turning Point, glaube ich. Und dann werden die Hipster als Erste sagen, ich habe eine völlig abgefahrene Idee. Wirklich ganz beschwert. Kaum reden wir zehn Minuten, bist du bei einer Wahlempfehlung für die SPD. Ja, für Hipster empfehle ich das schon mal, wenn man immer ganz vorne mit dabei sein möchte. Friedrich, darf ich mal neugierig fragen, wo erwischen wir dich eigentlich gerade oder von wo rufst du an? Ich fahre von der Arbeit heim und bin jetzt an dem Autobahnrastplatz Remscheid, was so für mich der kälteste Ort in Nordrhein-Westfalen ist. Also hier ist deutlich unter minus zehn, liegt da noch ein lecker Schnee rum. Und ja, aber wir haben ja warme Gedanken. Ja, ich wollte gerade sagen, das war ein Gespräch aus dem kalten Auto, aber mit heißem Herzen. Ich danke dir sehr dafür und vielleicht setzen wir das bei anderer Kollegen halt. Ah, das ist ein schönes Wort. Kollegen halt, schönes Wort. Sehr gerne. Ja, bei anderer Kollegen halt mal fort. Das war Friedrich K., formerly known as und immer noch als Friedrich Küppersbusch. Einer der mir persönlich sehr lieben Kollegen, dessen schaffen ich auch da, als ich nochmal im Fernsehen, im linearen Fernsehen gearbeitet habe, da war das, was er gemacht hat, gehörte immer mit zu den Dingen, die Vorbild waren oder mindestens Anregung. Sollen wir ruhig sagen. Ebenso. Dankeschön. Ebenso. Danke dir. Friedrich, bis bald. Danke dir. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Uh. Ja, natürlich. Überraschungen sollen ja auch sein. Und dass Friedrich diese Art von Wahl, na gut, also er hat ein Herz für Hausmeister, das kann man ja auch gut nachvollziehen. Und wer weiß, vielleicht hat sich die SPD ja auch vorgenommen, nicht nur ihren 150. Geburtstag zu erleben, sondern auch noch den 200. Erleben zu wollen. Das sollte man mindestens nicht belächeln. Was das für den Herbst aussagt, das wissen wir jetzt beide noch nicht. So, und die nächste Leitung steht, das heißt wir haben ja nur eine und wir müssen dann immer umstöpseln und neu anwählen. Hier ist Hans, wer ist da? Ja, schönen guten Abend. Henrietta, schwarz am Apparat. Henrietta oder Henriette? Äh, Henrietta. Henrietta. Entschuldigung. Ja, ja, nee, nee, das war, ich wollte es ja nur, weil Henrietta ist, glaube ich, seltener als Henrietta, ne? Deswegen, ich wollte einfach keinen Fehler machen. Nee, entschuldige, ich wollte eigentlich meinen Spitznamen verwenden, aber jetzt hat sich die Idee auch erledigt. Du, wir können auch nochmal, wir können nochmal ganz neu reinkommen und dann, und dann, wie ist denn dein Spitzname? Äh, Jette. Jette, na gut, hallo Jette. Jette, was ist dein, worüber möchtest du sprechen? Ja, ich habe da eine persönliche Erfahrungsgeschichte mit dem Jobcenter, die ich ganz gerne mitteilen würde und darauf aufbauend dann auch die eine oder andere These machen würde. Ja, das Problem betrifft nicht mich direkt, sondern eine Freundin, mit der ich jetzt die letzten zwei Wochen einen sehr harten Kampf mit dem Jobcenter und der Hausverwaltung führen durfte und sie wurde fast aus der Wohnung rausgeschmissen, heißt, die Miete vom Jobcenter wurde aus unerfindlichen Gründen nicht bezahlt. Wir haben versucht, irgendwo Hilfe zu kriegen, mit dem Jobcenter telefoniert, wir haben mit der Hausverwaltung telefoniert, die Zeit aufgeschoben. Ähm, ja, ich habe dann quasi meine Privatkontakte so weit ausgereizt, wie das ging. Das heißt, ich habe eine Frau vom Sozialamt, ich privat kenne, gefragt, jemanden vom Jobcenter Hannover gefragt, der da irgendwie helfen kann, eine Erzieherin, eine Opferschutzanwältin. Die habe ich, ja, alle gefragt und die haben mir dann ein paar Tipps gegeben und so haben wir dann ein bisschen Hilfe über die Eingliederungsämter gekriegt in den Kommunen. Ja, da gibt es zum Beispiel, ähm, das sogenannte EUTB, das nennt sich Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung, ist durch das FGW 9 § 32 auch geschützt, ist eine Geschichte, die mal das Bundesministerium für Arbeit und Soziales aufgesetzt hat. Das ist für Menschen wie meine Freundin, die in solchen sozialen Notlagen liegt und einfach Hilfe braucht, weil sie ist zum einen arbeitslos, also, ne, logischerweise und beim Jobcenter halt gemeldet, aber auch alleinerziehend und das heißt, sie kann alleine ganz viele Sachen einfach gar nicht machen, so, das heißt, sie kann alleine solche Termine, alleine die Tatsache, dass ich mit ihr zusammen diese Termine wahrnehmen konnte oder diesen einen Termin zumindestens, äh, hat ihr insoweit so viel geholfen, dass ich mich mit dem Kleinen beschäftigt habe, was super toll ist, weil ich mag Kinder einfach ganz gerne, ähm, und auf der anderen Seite, sie sich mit der Beraterin halt auch einfach wirklich hinsetzen konnte, Zeit nehmen konnte und ihre Geschichte erzählen konnte. Mhm. Was normalerweise in allen möglichen, ja, Beratungsstellen eigentlich so nicht der Fall ist, weil dann ist das Kind da, dann muss sie halbwegs irgendwie auf das Kind aufpassen und so und ich hab oft genug jetzt auch gesehen bei ihr, wir haben zusammen auch beim Jobcenter zum Beispiel angerufen und es ist quasi eher eine Welle vom Klassismus ins Gesicht gesprüht worden und das ist nicht schön und da hab ich erstmal begriffen, äh, mit was für Augen sie angesehen wird. Mhm. Ist, dass sie gesehen wird wie ein typischer Fall von, ja, Einzel, äh, also irgendwann mal, ähm, ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen ausgerichtet. Ja, du, ähm. Take your time. Danke, Hans. Ähm, also das Problem ist halt, sie wird halt wahrgenommen als jemand, der es im Leben nicht gebracht hat. Sie ist alleinerziehend, sie hat keinen Job, sie hat, ja, hab ich ihn leider nicht geschafft, da haben wir uns übrigens kennengelernt. Ähm, und sie wird dann halt angeguckt und in eine Schublade gesteckt, in die sie eigentlich nicht reingehört, weil sie eigentlich deutlich schlauer ist und das hab ich gesehen und begleitet und das hat mich massiv verstört. Ja, ähm, Jette, ich, äh, versuch nochmal mir, mir diese Situation plastisch vorzustellen. Ähm, war das ein, na, ich würde jetzt mal sagen, ein Fehlverhalten von Einzelnen, von einzelnen Personen bei der Agentur oder, äh, ist das etwas, was du systematisch und häufiger oder ihr festgestellt habt? Das haben wir systematischer und häufiger festgestellt, das war bei ihnen nicht jetzt das erste Mal und wir haben auch noch zusätzlich, weil die Hilfe, die wir gekriegt haben und die ich noch an Land geholt habe, nicht gereicht hat und weil ich weiß, dass unsere Bundestagsabgeordnete, von der SPD im Übrigen, lustigerweise, um mal den Bogen dahin vielleicht zufrieden zu schlagen, ähm, weil ich weiß, dass die sehr bürgernahe ist und ich mit der auch schon öfters privat zu tun hatte, ähm, aus anderen Gründen, Gewerkschaftsgründen oder Äschede-Demos, weil wir hier auch die NPD zum Beispiel sitzen haben, was auch gelinde gesagt nicht so schön ist, aber sie ist halt präsent da. Sie war auch schon mal bei uns in der Schule. Ja. Daher kannte ich sie privat und persönlich und wusste, wenn wir sie fragen, wird sie auf jeden Fall uns helfen und das hat sie auch getan. Ja, ähm, wenn, äh, ich gehe nochmal, also wenn ihr sagt, das war nicht ein, äh, nicht ein Einzelfall, nicht ein einzelner Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin, sondern das ist häufiger vorgekommen, man könnte es fast dann auch systemisch oder systematisch nennen, das machst du ja auch mit dem Begriff, äh, Klassismus, ähm, wie reagieren solche Menschen, wenn ihr sie damit konfrontiert? Also du sagst ja, ähm, ihr wurde die, die Miete praktisch gestrichen ohne irgendwelche Begründung, ähm, geht das tatsächlich so? Die müssen doch sagen, warum sie, äh, da nicht mehr zahlen wollen. Ja, das war eine sehr merkwürdige Geschichte, weil sie bis November im vorläufigen Bescheid hatte, das heißt bis November hätte die Miete eigentlich bezahlt werden müssen, genauso wie ALG II. Aber ab November wurde die Miete nicht mehr bewiesen, weil sie eigentlich im November den Antrag, den Vollwehrantrag gestellt hat, der beim Amt aber irgendwie, keine Ahnung wie, aber der ist irgendwie verloren gegangen, verbaselt worden, wie auch immer. Ja. Und dann auf einmal nichts mehr gezahlt wurde und wir dann irgendwann sogar im Laufe der ganzen Prozesszeit noch Briefe gekriegt haben von der Hausverwaltung mit rechtlichem Schrieb, äh, äh, wo dann drin stand, dass gar keine Miete gezahlt wurde und dass auch das Darlehen, was man, also quasi, ähm, na, wie kommt man drauf hier, äh, wenn man neu sich irgendwo einmietet, muss man noch was bezahlen. Kaution? Ja, danke, genau. Und auch die Kaution wurde halt nicht hinterlegt und, äh, das war halt eine sehr merkwürdige Situation, weil das ALG wurde dann halt noch weiter bezahlt bis Dezember und dann war es vorbei, so, das war halt merkwürdig. Ja, ähm, wie ist, ich muss da wirklich, äh, sozusagen jetzt auch naiv fragen, weil ich diese, diese Verfahrenswege nicht kenne, ähm, aber jeder von uns hat das vermutlich irgendwann schon mal leidvoll erfahren, wie das ist, man hat Dinge, äh, auch formularmäßig und bürokratisch auf den Weg gebracht und dann sind sie auf einmal in irgendeinem informativen Bermuda-Dreieck, äh, verschwunden. So, ähm, ja, in der einen oder anderen Form, bei manchen ist es der Telefonantrag, bei anderen ist es, ich weiß nicht was, ähm, wie ist dann der Weg, wenn man zum Amt hingeht und sagt, wieso habt ihr das gestrichen, ich hab den Folgeantrag gestellt, dann und dann, da und da, gibt es da irgendwelche Revisionsverfahren, Überprüfungsverfahren, dass mindestens das Amt akzeptieren muss, ja, es kann ja sein, dass das so ist und dann müssen wir eben weiterzahlen, oder sind solche, äh, sind, sind, sind solche, ähm, Übergangssituationen und Bescheide da gar nicht möglich? Das ist insoweit erstens gerade durch Corona aktuell sowieso nicht möglich, weil man gerade, müsste man termingebunden halt erstmal da einen Termin ausmachen, wenn man aber an die Telefonleitung verleitet wird, dann kommt man manchmal zu gewissen Zeiten erst gar nicht durch, oder, äh, also quasi nach, ich glaub, eine Viertelstunde, 20, 30 Minuten wird einfach der Hörer aufgelegt, äh, und man muss neu anrufen, äh, das ist eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben, und selbst wenn man dann jemanden vom Jobcenter hat, ist das Problem am Jobcenter, dass das Jobcenter innerhalb auch nochmal deutlich getrennt ist, also gerade so richtige Bescheide, soweit ich das weiß, gehen direkt von Karlsruher, glaube ich, nee, nicht von Karlsruher, von Nürnberg aus, und, ähm, normalerweise braucht man dann eigentlich einen Leistungsberater, aber die erreicht man per Telefon nicht direkt. Das ist das Problem an der Geschichte, deswegen kamen wir da auch so nicht weiter. Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem, mir fällt da immer kein besseres Ball, oder kein besseres Wort ein, als das sind kafkaeske Situationen, man, man gerät in ein Labyrinth und Dschungel von Bürokratie rein, ähm, in dem man dann einfach gefangen ist, ähm, und nicht weiß, wie man, wie man rauskommt. Ähm, ich möchte gern noch über diesen Einzelfall hinaus, ich meine, deine Freundin kann froh sein, dass sie so eine Freundin hat, äh, du hast aber, finde ich, da vorne etwas Grundsätzliches beschrieben, als du sagtest, sie wird offensichtlich angesehen als eine, na, sagen wir mal, gesellschaftliche Loserin, ja, Sie ist alleinerziehend, sie hat keinen Job, sie hat offenbar ja auch keinen Mann, sozusagen alles falsch, äh, äh, gemacht. Siehst du das an als Ausdruck einer mangelnden Empathie und vielleicht auch einer mangelnden Qualifikation bei Menschen, die da bei der Agentur arbeiten, die eigentlich, äh, so etwas doch haben müssten? Es gibt mehrere Gründe. Es ist ein vielschichtiges Problem, weil, erstens, mal ganz grundlegend von der Struktur der Jobcenter her, wir haben im Abi mal irgendwann einen Politikleistungskurs gelernt, dass auf einen Jobcenter-Mitarbeiter circa 100 bis 120 Klienten kommen. Also so bezeichnen sie es halt, ne? So, das heißt, alleine der Zeitdruck, der dahinter steht, ist schon massiv zu viel. Und jetzt mit Corona möchte ich mir nicht ausmalen, wie die gerade drauf sind. Das ist das eine. Das nächste Problem, ja, es herrscht durchaus auch ein Mangel an Empathie bei manchen Leuten, aber das ist etwas, was mit der Bildung der letzten gut 40, 50 Jahre zusammenhängt. Mhm. Weil gewisse Kompetenzen einfach nicht vermittelt werden und wir quasi sehr extrinsisch erzogen werden und geformt werden und damit gewisse Sachen wie das einfache Nachfragen, die kindliche Neugier verlieren und sich dann um solche Fälle so explizit nicht mehr gekümmert wird. Das werfe ich den Jobcenter-Mitarbeitern direkt auch gar nicht vor, weil die sind auch Opfer des Systems. Das muss man auch ganz klar sagen. Bei dir, es gibt genügend von denen. Ich habe ein paar Leute, die, also an der Hand, die auch in Jobcentern arbeiten und die, die ich kenne, sind tatsächlich sehr nett. Also die bemühen sich, die versuchen alles Mögliche. Und dann gibt es halt die andere große Masse. Die den Job im Center als Job machen? Genau. Also die ihren Job nicht als Leidenschaft begreifen. Und das ist das, was ich allgemein in der Gesellschaft auch feststelle. Es gibt sehr viele Leute, die einen Job nicht deswegen machen, weil sie ihn als Leidenschaft tun, sondern weil sie ihn machen, weil er viel Geld bringt oder weil sie ihn machen, weil sie ihn müssen. Was ja, also erstmal auch, finde ich, prinzipiell nicht notwendigerweise etwas Verwerfliches ist. Es gibt natürlich Berufe, man kann nicht jeden Beruf und nicht jede Arbeit, glaube ich, aus purer Leidenschaft machen. Aber da, wo es um den Umgang mit anderen Menschen geht, glaube ich, muss so ein gewisser Anteil eigentlich doch schon dabei sein. Jette, hast du Vorschläge oder Vorstellungen davon, wie dieses, ja auch dieses Drama, was es ja ist, strukturell verbessert oder gelindert werden kann? Es sind nicht alle Menschen in der Situation, dass sie so eine hilfreiche Freundin haben, wie du das offenbar bist. Also, um das strukturell zu verbessern, wäre es schön, dass man die ganzen Hilfsangebote, wir haben ja jetzt nur eins rausgesucht und dann noch ein anderes Angebot bekommen, mit der wir dann auch nochmal sehr merkwürdige Erfahrungen gemacht haben, eben bezogen auf Klassismus. Wenn diese Hilfen irgendwo digital festgehalten werden könnten oder wenn sie irgendwo wie ein schwarzes Brett quasi immer für alle zur Verfügung stehen und dass auch allen wirklich klar ist, dass das in der Bildung vielleicht auch schon angesprochen wird, ihr habt diese und jene Möglichkeit, ihr könnt zum Beispiel, keine Ahnung, im Bildungsbereich bin ich auch ab und zu mal unterwegs, heißt dann den Kindern sagen, ihr habt die Möglichkeit ein FSJ zu machen, ein FÜJ zu machen oder BAföG zu beantragen oder, oder, oder. Also diese ganzen Pakete an Möglichkeiten und Hilfsangeboten, die es gibt, die wirklich in einer Liste an einem schwarzen Brett einfach auszuhängen. Das gibt es noch nicht? Soweit mir bekannt nicht, also da muss man tatsächlich selbst viel erstmal auf Suche gehen und viele Leute fragen. Den EUTB habe ich vorgeschlagen gekriegt von dem Jobcenter-Kollegen, mit dem spiele ich Hockey, deswegen kenne ich ihn überhaupt, aus Hannover. Ja, so ist das Leben. Ja, so läuft das. Also mein Leben besteht die ganze Zeit aus solchen Geschichten, da könnte ich haufenweise von erzählen. Hätte ich den nicht gefragt, hätte ich das Angebot nicht gekannt. Warum machst du, mach doch so ein schwarzes Brett auf. Oder wenn jetzt hier zwei, drei Leute zuhören und sagen, ja, geile Idee, lass uns das zusammen machen. Bist du dann dabei? Liebend gerne, weil das ist absolut wichtig, dass wir das machen. Auch diese Hilfsangebote, ich erwähnte das mit der Bildung ja auch. Ich gehe auch ab und zu mal, nehme ich mir wirklich Urlaub und gehe in meine alte Schule und gehe da in Seminarfachkurse und gebe da zu meinem Beruf tatsächlich auch mal Beratung, sage das und das, erwartet euch, das und das müsst ihr mitbringen. Und ihr solltet vielleicht auch versuchen, über den Tellerrand zu gucken und nicht alles zu glauben, was die Leute euch erzählen. Oder auch die Vorstellungen, die ihr selber habt, zu hinterfragen. Also ja, bin ich absolut dafür. Ja, gut. Also wir haben jetzt Jette, die der Meinung ist und das sehr plausibel ausführen könnte, warum mindestens das, was es an Hilfen gibt, präsenter und transparenter und für alle zugänglich in Form eines digitalen schwarzen Brettes oder nennen wir es jetzt mal so, erarbeitet werden müsste. Sie würde selber mitmachen und jetzt gucken wir mal, ob der eine oder die andere sagt, ja, bin ich auch dabei. Schauen wir mal, ich bin mal gespannt. Ja. Jette, danke dir, mach's gut, tschüss. Ich danke dir, ciao. Ja, es gibt ja Menschen, die dieses Angebot hier verfolgen zu hören, die durchaus netzaffin sind, die sich engagieren wollen. Und das ist, in dem Fall wäre das ja noch nicht die große Systemfrage. Aber wenn es dazu beiträgt, dass das, was es an Möglichkeiten gibt, sozusagen als schwarzes Brett für Hilfe und Tricks und so weiter, Tricks der guten Art installiert wird, das wäre schon mal besser als gar nichts. Und alles, was besser als gar nichts ist, ist gut. So, wen haben wir jetzt als nächstes in der Leitung? Hier ist Hans, hallo. Hi, hier ist Ruby, ich bin 26 und ich komme aus dem Ruhrgebiet. Sag mir noch mal den Namen. Ruby. Ruby, ah, Ruby. Da fallen einem sofort viele Lieder ein, die du alle kennst. Ja, ja, ja. Ruby aus dem Ruhrgebiet. Was ist dein Thema, Ruby? Tja, ich darf direkt bei Jette anschließen. Ah, Jobcenter? Ja, genau. Und zwar ging es mir auch viel um die Stigmatisierung von Hilfesuchenden. Es geht mir auch ein bisschen um den Sexismus im Jobcenter. Und ich würde erst mal ganz locker anfangen mit einer Frage an alle. Nimm ich, wie stellt ihr euch den typischen Hartz-IV-Empfänger vor? Ja, wenn jetzt alle antworten können. Genau. Deswegen würde ich jetzt einfach nur gerne eine Antwort von dir haben. Ja, die kann ich dir gar nicht geben, weil ich gar nicht wüsste, was ein typischer Hartz-IV-Empfänger ist. Ich kann dir wohl sagen, welche Klischees mir über Hartz-IV-Empfänger bekannt sind und vielleicht sprichst du auch, möchtest du das ansprechen. Aber meine Erfahrung ist, dass diese Klischees, so wahr sie im Einzelfall auch sein mögen. Wenn man sie als Norm, das ist ja das Wesen des Klischees, es wird sozusagen eine Norm behauptet, die aber vielleicht gar keine Norm ist, auch wenn es sie im Einzelfall gibt, als Klischee ist das einfach falsch. Also es gibt Menschen, die ich kennengelernt habe, die ALG-II-Empfänger sind oder welche in der Familie selber haben. Das sind sehr unterschiedliche, wirklich sehr unterschiedliche Biografien, sehr unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedliche Hintergründe. Deswegen, ich kann dir diese Frage nicht beantworten, weil ich keine Vorstellung davon habe. Und genau das, finde ich, ist die absolut richtige Antwort. Es gibt einfach keinen wirklichen typischen Hartz-IV-Empfänger. Ich meine, ich falle darunter und ich falle vielleicht auch so ein bisschen unter das, ich habe ein junges Kind bekommen, ich habe keinen Job. Allerdings habe ich auch in der achten Klasse Kafka gelesen. Ja. Es treffen halt selten aufeinander bei Hartz-IV und man kann das oft nicht so leicht in eine Form verpacken, aber gesellschaftlich wird das dann doch oft getan. Was alle unter Hartz-IV gemeinsam haben, ist, dass wir arm sind. Also wirklich an Gütern arm. Und jetzt möchte ich kurz von der Situation erzählen, die ich jetzt gerade durchstanden habe mit dem Jobcenter. Und zwar wurde, habe ich letztes Jahr Hartz-IV beantragt. Ich habe den Antrag im Juli oder August gestellt. Ich kann es jetzt nicht mehr so genau sagen. Auf jeden Fall. Mitte September kam dann noch eine Anlage ran, für die ich nochmal Kontoauszüge bräuchte. Kontoauszüge verschickt, alles schön, alles schick, alles super. Bis Dezember wurde ich dreimal aufgefordert, die gleichen Kontoauszüge nochmal zu liefern, habe zwischendurch bestätigt bekommen, dass sie angekommen sind. Und am 2. Dezember kam dann der Brief vom 30. November rein, vollständiger Leistungsentzug, weil diese Kontoauszüge fehlen würden. Da sind wir wieder bei Kafka, ja. Genau. Und das hat sich jetzt diese Woche, naja, letzte Woche gelöst. Moment. Ich bin gerade wegen dem Schneekaos ein bisschen verwirrt. Wir waren jetzt die letzten Tage nicht viel mit der Struktur, da wir nicht viel raus konnten. Schnee ist hier gerade sehr, sehr schlimm. Auf jeden Fall, letzte Woche hat sich das dann endlich erledigt. Man muss also jetzt bedenken, von Dezember bis letzte Woche habe ich mit dem Jobcenter darum gerungen, ob meine Kontoauszüge, die mir bestätigt wurden, dass sie eingereicht sind, jetzt eingereicht sind. Was sagt der, lass mich passen, also du siehst mich jetzt ziemlich fassungslos. Ich versuche mir vorzustellen, du hast die Kontoauszüge eingereicht, dann wird dir bestätigt und ich nehme an in schriftlicher Form, ja, sie sind eingereicht. Nein, nein. Achso, nicht. Schriftlich wurde mir gesagt, dass sie nicht bestätigt werden kann, da aktuell das Jobcenter ziemlich auf dem Zahnfleisch geht, was Ressourcen betrifft. Ja. Und das war einfach ein, bei der Hotline anrufen und nachfragen, sagt man Leute, wie schaut es denn jetzt damit aus? Und die haben es dir bestätigt. Genau. Und wenn du mit dieser Auskunft, wenn sie wieder ankommen und sagen, ist aber nicht da, was passiert denn dann, wenn du dann sagst, Entschuldigung, ihr Laden hat mir bestätigt, dass das da ist und registriert wurde, was ist denn dann die Reaktion? Da kommt ja meistens gar keine. Man muss ja bedenken, ich habe ja auch das gleiche Problem, wie Jette von ihrer Freundin erzählt hat. Meine Sachbearbeiterin habe ich jetzt in diesem ganzen Chaos nicht einmal erreicht. Es war halt meine erste Reaktion auf den vollständigen Leistungsentzug, war nochmal ein Einschreiben mit Sendungsverfolgung loszuschicken, mit einem kleinen Brief, in dem da nochmal drin stand, dass mir bitte postalisch bestätigt werden soll, dass die Kontrauszüge angekommen sind, was natürlich nicht gemacht wurde. Und kurz vor Weihnachten dachte ich mir dann das erste Mal so, ich rufe jetzt mal an, ob das angekommen ist. Also Sendungsverfolgung hat natürlich gesagt, dass es angekommen ist. Ja. Und da wurde mir gesagt, es ist eine Bearbeitung. Okay, schön, toll, super. Januar wieder angefangen zu nerven. Weiter als bis zu den Leuten, die einen an der Hotline empfangen, bin ich natürlich erstmal gar nicht gekommen. Irgendwann dann zusammen mit meinem Freund ein bisschen mehr Druck gemacht, also öfter angerufen. Wirklich gesagt, Leute, hier ist das Geld knapp. Und dann irgendwann eine Notrufnummer des Jobcenters bekommen. Eine Sache, von der ich vorher nicht wusste, dass sie existiert. Diese Nummer angerufen, nicht vergeben. Dann in die Leistungsabteilung tatsächlich mal durchgestellt worden. Bis man da aber ankommt, verbringt man auch mal gerne eineinhalb Stunden in diversen Warteschleifen. Worüber sich das kleine Kind freut, ne? Ja. Und da ist dann halt auch der Moment schon erreicht, dass man so langsam den Kaffee schön offen hat. Und dann kommt der Mitarbeiter daher, guckt im Computer und sagt einem, ja, aber was wir von Ihnen brauchen, das sind gar keine Kontoauszüge. Wir brauchen Nachweise über das Kindergeld. Ich habe ganz ungläubig nochmal die Briefe rausgesucht, die ich bekommen habe. Habe dem vorgelesen. Hier in den Briefen steht, Kontoauszüge von da bis da. Ja, und dann sagt er, ja, da hat die Kollegin oder der Kollege einen Fehler gemacht, tut mir leid, aber was wir tatsächlich brauchen, mutmaße ich mal, dass das so in diese Richtung geht. Rubi, was ist, was, 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 was ist jetzt? Wir kommen dazu. Okay, ja. Die Sache ist die, dieser Herr Kollege war halt auch mir gegenüber, wenn er mit mir gesprochen hat, dann in seinem Verhalten sehr, sehr anders als meinem Freund gegenüber. Mir wurde wirklich alles ins allerletzte Detail erklärt. Es wurde alles sehr verunglimpflig, was da halt gerade besprochen wurde. Seine Ausdrucksweise hat von ihm zu mir sehr stark geändert. Und generell habe ich mich ein bisschen gefühlt wie ein kleines Kind, dem man erst noch alles erklären muss. Und, naja, um das mal kurz abzuschließen, wir haben die Unterlagen noch am gleichen Tag per Mail reingeschickt. Als wir dann endlich die richtige E-Mail-Adresse hatten, weil wir hatten vorher zwei fehlerhafte. Sache erledigt, dachten wir. Nachdem sich da immer noch nichts getan hat, nochmal angerufen. Irgendwann in eine Notabteilung für Mittellosigkeit durchgestellt. Und dann ein 22-minütiges Telefonat mit dem Mitarbeiter da gehabt, der mir in sehr kinderfreundlichen Worten, möchte ich es jetzt ausdrücken, erklärt hat, dass das alles doch nur ein kleines Missverständnis ist. Also das war jetzt dann letzte Woche. Und einfach dieses Ding, das mir gegenüber die ganze Zeit einfach nur von einem kleinen Missgeschick, einer kleinen Misskommunikation, ein kleines Missverständnis gesprochen wird. Und dann immer so, regen Sie sich doch nicht so auf. Da fühlt Frau sich verarscht. Ja, sehr. Meine Wut wird nicht als gerechtigt wahrgenommen. Wir sind am Existenzminimum an der Grenze. Und ganz viele Leute in dieser Situation sind nicht so gut gesichert wie ich jetzt noch. Wir haben einen Mitbewohner, der verdient nebenbei auch noch Geld. Wir haben es jetzt irgendwie da durchgeschafft. Aber es gibt Leute, die haben nicht diese Stütze, die ich habe. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese, oftmals ja auch Frauen, das so gesagt bekommen, das finde ich einfach nur total ätzend, weil da stehen Leben mit auf dem Spiel. Ja. Rubi. Ja. Pass auf, lass mich zwischendurch eins sagen, weil das ist eine Reaktion hier aus dem Chat von Menschen, die das im Livestream verfolgen und darauf reagieren. Die weisen zum ersten, zum einen darauf hin, dass sie sagen, was du beschreibst, das sei sozusagen ein klassischer Fall für die Ombudsstelle, die es da auch gibt als Anlaufadresse. Ist das eine Institution, die ihr oder die du selber schon angesprochen eingeschaltet hattest? Oder hattet ihr das nicht gemacht? Könntest du noch mal wiederholen, was für eine Stelle das ist? Die Ombudsstelle, also es gibt so den Begriff des Ombudsmannes oder auch der Ombudsfrau, das bedeutet eine Vertrauensperson, die zwar in Kontakt zu der Institution steht, aber eigentlich Ansprechpartner ist für Menschen, die mit dieser Institution ein Problem haben, wo was nicht funktioniert hat, sozusagen eine neutrale Interessenvertretung für euch. Das heißt Ombudsstelle und die gibt es auch für die Jobcenter. Ich weiß jetzt nicht, kann das von hier aus nicht checken, wo und wie man die findet, aber es gibt sie. Davon habe ich noch nicht gehört. Okay. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, aber man weiß ja eben auch nicht alles, aber offensichtlich gibt es mindestens diese Institution. Eine zweite Frage, die sich mir stellt und wir hatten ja in den vergangenen Gesprächsrunden, also nicht heute, aber an den Vordienstagen, war ja mehr als einer, der über Probleme mit den Jobcentern berichtete und da kam ziemlich häufig der Hinweis, dass es Rechtsanwälte und juristische Hilfen gibt, die sich spezialisiert haben auf solche Phänomene und da, wo einfach die Jobcenter ihre Arbeit nicht ordentlich machen. Gibt es das bei euch auch? Also ob es Rechtshilfevereine sind oder Anwälte und Anwältinnen, die bekannt sind dafür, dass sie Hartz-IV-Empfänger und andere, die da in die Müllen dieser Bürokratie geraten, vertreten? Weißt du davon? Habt ihr das probiert? Persönlich weiß ich da jetzt von nichts, aber wir sind hier im Ruhrgebiet, also ist es ziemlich sicher. Unser Gedanke war auch, falls sich das jetzt nicht klärt, einen Beratungsschein vom Amtsgericht halt zu holen und damit dann halt zu einem Anwalt zu gehen. Die Sache war, wir wollten das so weit wie möglich aufschieben, da ein Gerichtsverfahren beim Jobcenter Dinge gerne noch mehr verlangsamt. Kann ich nachvollziehen. Bürokratie wird gerne besonders widerspenstig, wenn sie sich angegriffen fühlt, ne? Genau. Und jetzt kommt halt noch die Sache, das ist jetzt auch nicht meine erste Interaktion mit dem Jobcenter. Es hat ja angefangen damit, dass ich irgendwann schwanger geworden bin und wegen der Schwangerschaft umgezogen bin. Zu der Zeit war ich gerade neun Monate in einem Office-Job. Die Schwangerschaft war nicht geplant. Ich dachte, ich sei unfrauchbar. Also wirklich nicht geplant. Ja, wohl war das. Aber wir haben uns sehr gefreut. Ja. Und das hieß dann halt auch für uns, die Entscheidung zusammenzuziehen, früher zu treffen, als wir sie eigentlich treffen wollten. Das hieß für mich dann auch, raus aus meiner eigenen Wohnung rein erstmal zu meinem Freund. Damals. Und ja, da fing es dann halt so an, mit beim Jobcenter auflaufen, für irgendwelche Termine zu schildern, warum ich denn jetzt Leistungen beziehen will und dann Dinge gedrückt zu bekommen wie, da muss man halt mal die Beine zusammenhalten. Das ist euch gesagt worden? Mir? Ja. Ja. Unglaublich. Dann solche Hürden wie... War das ein Mann oder eine Frau, die das gesagt hat? Eine Frau. Oh ja. Eine Frau. Ich würde sagen, so um die 35. Das macht es noch schockierender für mich. Dann solche Hürden wie, weisen Sie doch nach, dass Sie schwanger sind. Ja, ich... Also erstmal war es im achten Monat, ne? Ja. Das war ein bisschen offensichtlich. Dann lege ich den Mutterpass auf den Tisch. Wir wissen ja alle, was der Mutterpass ist, oder? Ja, alle bekommen den ausgestellt, wenn sie schwanger sind. Da werden die neuesten Untersuchungsergebnisse eingetragen. Ist, glaube ich, eigentlich ein ziemlich solider Nachweis, dass man schwanger ist. Ja, das hat der Dame vom Jobcenter natürlich nicht gereicht. Und sie hat mich zu meiner Ärztin geschickt, die mir ein Attest ausstellen musste, dass ich schwanger bin. In der 36. Woche. Also ich bin wirklich fassungslos bei solchen Schilderungen. Jetzt überlege ich, wie würde ich mich in so einer Situation verhalten? Also meine spontane Reaktion ist, wenn du sagst, ach da im Monat. Ich würde vielleicht fragen, denken Sie, ich laufe hier mit einem Kissen unterm Kleid rum oder so? Also eine, weil das ist ja, es ist ja wirklich unfassbar. Ich kann mir nur vorstellen, dass du in irgendeiner Weise auch so reagiert hast, dass du gesagt hast, entschuldigen Sie bitte, Sie sehen doch, dass ich schwanger bin oder so. War das so? Wie war dann die Reaktion darauf? Oder hast du das nicht gemacht? Warst du so schockiert, dass du einfach da gar nichts gemacht hast? Also in dem Fall war das tatsächlich so, ich war unglaublich schockiert. Ich war einfach nur so, Entschuldigung, aber Sie sehen meinen Bauch, Sie sehen den Mutterpass. Na gut, ich bringe, was nötig ist, aber eigentlich ist es doch genug bewiesen. Ja. Ja, dann war das erledigt. Dann ging es weiter, dass ich aus dem Mutterschutz heraus nochmal in die Ausbildung wollte. Und zwar ging es los mit hier, ich wollte eine Teilzeitausbildung machen, da ich nur 20 Stunden die Woche Betreuung fürs Kind hatte. Alles schön, alles gut. Mit dem Jobcenter-Mitarbeiter dann zu tun gehabt, der mich da vermitteln wollte. Weil die da ein Programm haben für Teilzeitausbildungen. Und dann kam der mir die ganze Zeit daher mit Schätzchen und so. War kaum älter als ich, also ich war zu dem Zeitpunkt so 24. Ich würde schätzen, dass er so zwischen 28, 32 war. Und halt die ganze Zeit das Schätzchen und Liebes und junge Dame auch einmal. Also vielfältige Formen von Missachtung. Ja, und Sexismus ging halt auch einfach in die Richtung, dass, also es mit der Frage dann, was für einen Ausbildungsberuf ich machen wollte, ging es dann direkt los. Ja, die Weste mit Friseur. Ich meine so, ich dachte jetzt eigentlich, dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr umschaue, was denn so aktuell angeboten wird, wo ich denn reinkommen könnte. Und tatsächlich ist das Gespräch, also man muss dazu sagen, da war ich noch nicht ganz so gefestigt und stand my ground, wie ich jetzt bin. Und da habe ich mich halt wirklich ein bisschen in das Friseurding reinreden lassen. Ist natürlich auch schlecht ausgegangen. Aber tatsächlich zu allem, was ich so gesagt habe, kam einfach nur, nee, mach mal Friseur, das ist besser vereinbar. Eine Sache, die ich halt noch gesehen hatte, in die ich wahrscheinlich auch mit reingekommen wäre, wenn ich denn jetzt meinen Fuß ein bisschen runtergestellt hätte und laut gemacht hätte, wäre Laborant gewesen. Was tatsächlich in meiner Schulzeit ein bisschen ein Traumberuf von mir war. Ja, auf jeden Fall, die Sache ist halt, man wird, wenn man beim Jobcenter ist, sofort als die Schwächste der Schwächste behandelt, als der absolute Abschau. Als könnte man sich sowieso intellektuell mit nichts groß messen. Und wenn man eine Frau ist, dann ist man noch dazu eh komplett infantil. Und das ist halt einfach ein Problem, das auch gesellschaftlich in Stigmatisierung und so weiter passiert. Das erfahre ich außerhalb vom Jobcenter einfach, wenn es um Berufe geht und ich dazu dann sage, dass ich aktuelle Leistungen mitziehe, dann haben alle direkt ein bestimmtes Bild im Kopf. Da sind wir jetzt wieder am Anfang des Gesprächs. Und da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. Genau, deswegen habe ich diese Frage gestellt. Und die Sache ist, es gibt Leute wie dich, die halt das wirklich anerkennen. Von wegen, es gibt da kein One-Size-Fits-All. Es betrifft alle unterschiedlich. Und man darf ja auch nicht vergessen, nicht nur Obdachlose beziehen Leistungen. Wir haben zum Beispiel 1,1 Millionen Leistungsbezüge, die Vollzeitausstocker sind. Das heißt, diese Leute arbeiten schon Vollzeit und stocken noch auf, weil sie einfach so wenig verdienen. Und ich habe hier einen kleinen, also mein Ding ist, ich möchte eigentlich nicht sehr, sehr positiv für das bedingungslose Grundeinkommen aussprechen. Und unterschwellig ein kleines Fuck-You an die SPD. Das ist natürlich hauptsächlich jetzt hier so an Schröder-Ära gerichtet. Aber es ist ein bisschen da. Ja, ich kann das nachvollziehen. Die persönlichen Erfahrungen, die bei dir dahinter stecken, die sind ja sehr drastisch. Wie du sie schilderst. Jetzt kommt aber die Sache. Diese persönlichen Erfahrungen, die ich habe, scheinen ziemlich unniederselt zu sein. Mindestens bist du nicht die Einzige eindeutig, die diese Erfahrung gemacht hat. Ja. Ja. Habe ich den Ausweg für Helden hier? Nein, überhaupt nicht. Habe ich nicht. Absolut nicht. Es ist einfach, glaube ich, nicht nur, sondern erstmal wichtig, dass solche Erfahrungen öffentlich gemacht werden. Das haben wir jetzt hier in einem ganz kleinen Bereich getan. Es ist zum Zweiten wichtig, dass Menschen wie du und viele andere in so einer Situation sich a. nicht damit zufrieden geben und b. vor allem sich nicht in eine Zelle der Vereinzelung zurückziehen oder zurückfallen lassen. Sondern, ich meine, du hast, so nehme ich das wahr, dein Freund und du, ihr seid da solidarisch miteinander und unterstützt euch da und unterstützt euch gegenseitig. Ist das so? Ja, absolut. Und unser Mitbewohner ist da auch ganz super, auch ein großes Nob an der Stelle. Ja. Das heißt also, dass sozusagen ein kleines, aber wichtiges Element von Solidarität im persönlichen Umfeld da ist, was mit Sicherheit die Situation für dich, ich will jetzt nicht sagen, erträglicher macht, aber ich denke schon so. Ich denke, ob das passt. Ja. Passt das das? Die Sache ist einfach die, dass so viele Leute, die in meiner Situation sind, eben kein solches Unterstützungsfeld haben. Ja. Und ich finde, dass wir alle uns das mehr bewusst machen müssen. Ja. Thilo hat mir gerade einen Zettel reingereicht, sanktionsfrei.de. Das ist offenbar, kennst du das, sagt dir das was? Ich bin auf die Seite schon gestoßen. Ich bin aber, ich habe noch nicht wirklich durchgeschaut. Mhm. Was mich jetzt betrifft, war das ja auch keine Sanktion. Ja. Eine 100%-Sanktion darf ja aufgrund des minderjährigen Kindes im Haushalt auch gar nicht gemacht werden. Ja. Aber Sanktionen sind ja nicht nur schwarz oder weiß, sondern es gibt da auch Grauzonen und manches, was offiziell nicht Sanktion heißt, ist es unterm Strich dann vom Effekt her eben doch. Genau, eben schon. Ja, eben. Und gut, also wenn du die Seite schon kennst, andere lernen sie jetzt vielleicht kennen, wenn sie in vergleichbarer Situation sind. Was soll ich sagen? Ich kann im Moment eigentlich nur sagen, ich danke dir für diesen Anruf. Ich danke dir, dass du das sozusagen auch in aller Deutlichkeit klar gesagt hast, welches deine Erfahrungen sind und welche grundsätzlichen Mängel du da siehst. Und ich kann dir nur, ich kann dir nur von mir aus persönlich wünschen, dass du da auch, ich habe das, das ist immer so ein furchtbares Wort, aber Ohren steif halten ist so, für einen Norddeutschen sagt man das manchmal so. Und du weißt schon, was damit gemeint ist, also einfach nicht aufgeben, sondern das, wo ein berechtigtes Interesse ist, das aufrechterhalten und gemeinsam auch mit anderen versuchen, das öffentlich zu machen und da, wo es geht, durchzusetzen. Meine letzten Worte wären jetzt, für alle, die diese Missstände sehen und die dagegen vorketten wollen, macht euch hörbar, seid laut bei allem, was mit dem BGE zu tun hat. Das bedingungslose Grundeinkommen ist aktuell der einzige sichere Weg, den wir aus dieser Situation heraus haben. Nicht nur für jetzt Leute wie mich, sondern auch für die Generation, die noch irgendwann kommen. Rubi, das hast du auch laut und deutlich gemacht. Ich danke dir für den Anruf. Gut, dann noch einen schönen Abend. Dir auch, tschüss. Tschüss. Oh. Habe ich eine Überleitung? Worte zwischendurch? Nein, habe ich nicht. Das muss man auch erstmal sacken lassen und sich, oder ich versuche mir jetzt auszumalen, was für eine Art von täglicher Lebensführung ist es, die man dann erlebt. Und wie ist es, wenn man dann nicht so ein kleines, privates Unterstützungsnetzwerk oder so hat, wie ist das für Menschen, die da tatsächlich völlig auf sich alleine zurückgeworfen sind. Das ist unerträglich und ich wünsche mir eigentlich, dass, vielleicht hören ja jetzt auch Menschen, die politisch in Parteien oder auch in Institutionen tätig sind, wenn die sowas hören, dann mögen sie auch mal überlegen, selbst wenn vielleicht vieles von dem, was wir jetzt so als Erfahrung und als Bericht gehört haben, gar nicht, unter Umständen ist das sogar, kann man ja nicht ausschließen. Vielleicht ist das sogar nett oder freundlich gemeint. Vielleicht unterliegt jemand da diesem Irrtum zu sagen, dass er Wohlwollen ausdrückt, wenn er sagt, ach junge Dame oder so. Also es ist aber offenbar nicht so. Ich glaube, das letzte Gespräch für heute, ist das richtig, Thilo? Okay, hallo, hier ist Hans, wer ist da? Ja, grüß dich Hans, hier ist der Karl. Karl? Ja. Karl, worüber möchtest du sprechen? Ich möchte mit dir über Linkspopulismus sprechen und ob mehr davon nicht nützlich wäre. Aha, Linkspopulismus? Ja. Gibt's das? Ja, ich wurde schon gewarnt, dass du da vielleicht eine andere Meinung hast, aber lass uns doch gern darüber reden. Ja, erzähl doch erstmal, was dich zu diesem Thema bringt und was du darunter verstehst. Also ich habe jetzt hier viele Aspekte, also zu dem Thema bringt mich, ich selber bin Mitglied der Linken, der Linkspartei, das jetzt schon seit fünf Jahren. Ich möchte hier gleich vorab sagen, ich möchte überhaupt nicht falsch verstanden werden. Ich fühle mich in dieser Partei sehr, sehr wohl. Ich finde das Allermeiste sehr, sehr richtig. Überhaupt ist das, glaube ich, ja, was Besonderes, dass man überhaupt eine Partei findet, mit der man im Allermeisten übereinstimmt. Und das darf man nicht vergessen, finde ich. Also man wählt ja eigentlich immer zwischen den kleinsten Übeln, aber das am Rande. Naja, jedenfalls ist für mich festzustellen, dass auf Bundesebene bei den Linken eigentlich keinerlei Bewegung herrscht. Also im Umfragen sind es immer zwischen sechs und neun Prozent. Und man könnte ja jetzt dann zu dem traurigen Resümee kommen, dass der Erfolg ja irgendwie ausbleibt. Und man könnte sich jetzt fragen, warum. Und man könnte jetzt quasi über einen Strategiewechsel nachdenken, den ich jetzt nochmal möchte ich betonen, den wünsche ich meiner Partei nicht. Ich denke da jetzt eher vielleicht über eine andere Partei nach, die sich da vielleicht neu gründen könnte. Und zwar würde ich jetzt aber da zuerst dich mal fragen, also wir kommen jetzt zum Thema Linkspopulismus. Da würde ich jetzt das Links erstmal abklammern. Was heißt denn für dich Populismus? Ja. Also da fängt es für mich schon an. Gut, du hast jetzt das Links sozusagen abgeklammert. Ich kann mir eine Verbindung von Links und Populismus, diese beiden Worte kann ich mir zusammen gar nicht vorstellen, weil du mich danach fragst, was ist eigentlich Populismus? Für mich ist Populismus die Behauptung, auf sehr komplexe Probleme und Verhältnisse einfache Antworten geben zu können. Und weil diese einfachen Antworten dann vielleicht auch gerne angenommen werden, sind sie populär. Und deswegen verwechseln manche Popularität mit Populismus. Ich verstehe unter Populismus und so nehme ich Populisten wahr, die haben so ein paar in ihren Konstruktionen, ein paar Eckpfeiler. Und dazu gehört zum Beispiel, dass es so etwas, und wir reden ja über gesellschaftliche und politische Verhältnisse und Entwicklungen, da wird so getan, als gäbe es ein einheitliches Volk. Das Volk. Und da würde ich sagen, natürlich gibt es ein Volk, begrifflich, aber es gibt kein einheitliches Volk, sondern das kann einer sich theoretisch schnitzen. Die Realität einer Bevölkerung ist alles andere als einheitlich. Das heißt, wenn, und so nehme ich Populisten wahr, der Begriff taucht ja auch häufig auf, das ist nicht im Interesse des Volkes oder das Volk will es nicht so. Oder das sind ja Maßnahmen bis hin zum Volksverräter. Selbst der Begriff des Volksverräters geht ja aus von der Vorstellung eines einheitlichen Volkes. Das ist das Erste, wo ich sagen würde, das ist so der eine Eckpfeiler von Populismus. Der Zweite hängt damit dann zusammen. Die Populisten gehen davon aus, dass sie diejenigen sind, die definieren könnten oder die über die Wahrheit verfügen würden, was das wirkliche Interesse dieses einheitlichen Volkes ist. Das ist sozusagen dann schon wieder ein Folgefehler, weil nur wenn ich ein einheitliches Volk... Ja, ist das so oder ist das nur Taktik? Also die Menschen mit populistischen Auffassungen oder Thesen, die ich kennengelernt habe, und das sind ein paar, wenn man sich so im politischen Raum bewegt und Diskussionen dann auch führt, die hatten offenbar schon die Auffassung, dass es so etwas wie dieses A einheitliche Volk gibt und dass es B dann auch möglich ist, die Wahrheit über die wirklichen Interessen des Volkes definieren zu können. Das haben die Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, die haben das so geglaubt. Das war deren feste Überzeugung. Und damit ist dann, und das ist dann der dritte Eckpfeiler, alle, die nicht dieser Auffassung von Wahrheit zuneigen oder die, die akzeptieren oder teilen, sind letztlich Volksverräter, weil sie ja nicht die wirklichen Interessen des einheitlichen Volkes akzeptieren. Das heißt, es ist eine exkludierende, eine ausschließende Vorstellung von Gesellschaft und Politik. Das sind jetzt nun mal sozusagen drei Eckpfeiler in einem Konstrukt, die eben im Populismus sich vereinen. Also das Bild eines einheitlichen Volkes mit einem einheitlichen Willen und wir sind diejenigen, die die Wahrheit über diesen einheitlichen Willen erkannt haben und wer nicht dieser Meinung ist, gehört nicht zum Volk oder ist ein Volksfeind. Und das ist ein relativ enger politischer Zirkelschluss, der auf Grundlage dieser Konstruktion kein demokratischer ist. Und deswegen tue ich mich so schwer, damit zu sagen, kann ich mir eine Form von Linkspopulismus vorstellen, weil ich bei der Linken schon doch immer noch grundsätzlich unterstellen würde, es handelt sich um eine integrative, solidarische, gemeinsame Vorstellung. Und damit lässt sich für mich dieses Ausschließende gar nicht verbinden. Das war jetzt ein bisschen lang, aber du wolltest es wissen. Jetzt interessiert mich, inwiefern siehst du denn dann aber die Möglichkeit eines Linkspopulismus? Also ich finde das erstmal, erstmal möchte ich meine Bewunderung ausdrücken, dass du hier ohne Probleme einfach das aus dem Stegreif so gut beschreiben kannst. Zum Populismus habe ich jetzt mal verschiedene Sachen nachrecherchiert. Das ist natürlich ein Begriff, der vor allem ein Kampfbegriff ist, der total verschieden verwendet wird und ich glaube, den jeder Mensch irgendwie auch ein bisschen unterschiedlich versteht. Also das ist auf jeden Fall nicht einheitlich. Aber die drei Sachen, du hast ja drei Säulen aufgezählt, also im Prinzip habe ich fast genau die gleichen so zusammenfassen können. Das wäre für mich erstens das Ausnutzen von bestimmten Neigungen in der Bevölkerung, die halt zurzeit populär sind. Das wäre also das Erste. Dann das Zweite wäre zu einfache Antworten auf komplexe Probleme geben und Hintergründe außen vor lassen. Das hast du ja auch gesagt. Und das Dritte ist, was du noch sehr viel schöner umschrieben hast, das wäre das sogenannte Wir gegen die. Ja, natürlich wird das jetzt, meine Thesen sind da ja ziemlich steil mit dem Linkspopulismus. Das müssen wir vielleicht noch ein bisschen hinten anschieben. Wir müssen jetzt erstmal noch einen Blick, finde ich, möchte ich gerne, einen Blick auf natürlich die Rechtspopulisten werfen, die ja doch sehr erfolgreich waren, zumindest im letzten Jahrzehnt. Also viele Leute sagen ja, die sind vor allem deswegen erfolgreich, weil einerseits immer in Krisensituationen und das andere, was man herausfinden kann, was auch logisch ist, die Leute reden, also Wissenschaftler reden ja von einer sogenannten Informationsexplosion. Das Wissen der Menschheit würde sich angeblich alle 15 Jahre verdoppeln. Es gibt Leute, die sagen alle acht Jahre, alle sieben Jahre, also auch unterschiedlich. Und überhaupt nimmt die Komplexheit der Welt exponentiell zu. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das sprich mir, wenn du anderer Meinung bist. Nö, nö. Das ist, glaube ich, prinzipiell ein Problem, weil egal, wie viel man sich jetzt mit was auch ich nicht weiß, was für Themen allen beschäftigt. Also ich zum Beispiel, ich höre stundenlang Politik-Podcasts, aber wenn ich jetzt in einer Talkshow säße und ich wäre auch nur zu irgendeinem Thema gefragt, müsste man doch ehrlicherweise sagen, ich habe hier nur Oberflächenwissen. Also wenn man jetzt nicht gerade ein, in Anführungszeichen, Fachidiot ist, fällt es einem doch sehr schwer, ein Experte in all diesen Themen zu sein, die ja wirklich unfassbar breit sind. Wissenschaft, Forschung, Gesellschaft, was auch immer. Und ich glaube halt, dass je sehr sich diese Lage verschlimmert, die Populisten umso mehr an Kraft gewinnen, weil sie halt immer eine einfache Antwort darauf geben. Können wir ja das ganz einfache Beispiel machen mit der Flüchtlingskrise, während meine Partei sich da allergrößte Mühe gibt, alles zu erklären mit Fluchtursachen, dass die Leute dort verfolgt werden, dass dort Krieg ist, dass dort die wegen Klima fliehen müssen und weiß ich nicht alles. Und es ist natürlich viel einfacher zu sagen, wir wollen keine Flüchtlinge, wir stehen raus. Also die einfache Antwort ist da erstmal viel leichter zu geben. Und naja, also wie gesagt, ich glaube halt, das ist jetzt eine sehr desillusionierte Ansicht, aber ich glaube leider, dass der Populismus in Zukunft immer mehr wird, oder sagen wir mal sehr zukunftsfähig ist, schon aus diesen Gründen. Ja, also pass mal auf Karl, ich stimme dir da in diesem negativen Anteil der Wahrscheinlichkeit völlig zu. Die Verhältnisse werden komplizierter und je komplizierter Verhältnisse werden, desto größer ist das Bedürfnis und das ist auch ein sehr menschliches Bedürfnis danach, es soll jetzt endlich mal einer auf leichte Weise erklären, was tatsächlich ist. Also dieses Bedürfnis weg. Nur, und das ist jetzt ein bisschen der wesentliche Punkt, wie, oder ab wann? Wie soll denn aussehen, linkspopulistisch meinst du? Ja, 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 wie sähe eine linkspopulistische Antwort auf komplizierte Sachverhalte aus? Nehmen wir nochmal, weil du das Thema selbst, bitte? Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Ja, na dann will ich die hören. Also erstmal, da würde ich auf diese drei Säulen wieder zurückkommen, ne? Also erstmal dieses Wir gegen die, dieses Exkludierende, das findet man ganz schnell bei den Linken, wo ich mich jetzt auch einordnen würde auf jeden Fall. Und nämlich zum Beispiel, wenn ich mir die Frage der Umverteilung ansehe oder überhaupt der Klassenkampf, das Oben gegen Unten, das ist ja seit jeher ein linkes Ding, kann man ja sagen. Kann man immer sagen, wir Arbeiter, die Kapitalisten, das ist durchaus verankert. Also das würde ich sogar sagen, das gibt es zum Teil. Weil dann, sage ich mal, zu einfache Antworten auf komplexe Probleme geben. Da würde ich gleich ein paar Beispiele nennen. Und zwar, das wäre ja die zweite Säule. Und die dritte ist ja, was in der Bevölkerung populär ist, aufgreifen. Und da habe ich mir halt gedacht, es gibt ja eigentlich so viele Themen, für die man, wenn man jetzt, sage ich mal, eine direkte Demokratie geben würde, zumindest, ja, zumindest knapp an der Mehrheit wäre. Würde man jetzt zum Beispiel die gesamtdeutsche Bevölkerung fragen, soll Cannabis, das ist jetzt alles konservativ, was ich sage, soll Cannabis entkriminalisiert werden? Ich frage hier nicht mal nach dem Legalisieren. Dafür bin ich der Meinung, könnte man eine Mehrheit kriegen. Also könnte man sich, stelle man sich jetzt einfach mal vor, als eine Agenda einer solchen linkspopulistischen Partei, die sagt, wir wollen Cannabis entkriminalisieren. Die sagt, wir wollen ein Grundeinkommen von 1.500 Euro. Wir wollen ein Lobbyregister. Wir führen Steuern für Google, Apple, Facebook und Amazon ein. Wir wollen die 30-Stunden-Woche. Das könnte man jetzt noch weiterführen. Das sind durchaus einfache Antworten. Zum Beispiel bei dem Grundeinkommen müsste man normalerweise natürlich dazu sagen, wenn ich ein Grundeinkommen einführe, kann es sehr wohl zu Inflation kommen oder zu noch größerem Bedrängen auf dem Wohnungsmarkt oder so. Das würde man da schon rauslassen. Also ich sehe schon die Chance mit, Chance, das ist jetzt halt die Frage, wie gut sowas wäre. Aber ich glaube schon, dass es durchaus gegeben ist, mit sehr, sehr einfachen Antworten auf komplexen Problemen zu antworten. Und ich glaube, dass das allemal besser wäre, als diese populismusanfähigen Leute den Rechtspopulisten zu überlassen. Ja, also okay, ich nehme das jetzt so auf, wie du es sagst und würde dann oder antworte dann, dass man die Menschen, die möglicherweise überfordert sind oder sich überfordert fühlen von der Komplexität der Verhältnisse und die ein Bedürfnis nach einfacheren Antworten haben, dass man die bitte nicht den Rechtspopulisten überlassen sollte. Da hätte ich überhaupt gar keinen Widerspruch. Die Frage ist nur, und das wäre jetzt mein Gegenargument, ich glaube, dass wenn man versucht, so etwas von links dagegen zu setzen, dass es nicht funktioniert. Oder wäre ich, das wäre jetzt möglich? Ich will dir, pass mal, lass mich ein Beispiel nennen. Entschuldigung. Naja, aus meinem Beruf, Journalismus. Es gab mal in den, ich glaube, 60er Jahren folgende, den Versuch gegen die Bild-Zeitung, die damals noch in völlig anderer Weise als heute noch eine wirkliche publizistische Macht war. Es gab den Versuch einer linken Bild-Zeitung. Sozusagen mit den Mitteln der Bild-Zeitung, aber von links her. Ist kläglich gescheitert. Es gab mehrere Anläufe. Es sind alle kläglich gescheitert. Weil dieses Konzept eben nur, also dieser populistischen Vereinfachung, es funktioniert eben nur, indem es solche Feindbilder und Widersprüche projiziert und benutzt, die sich aber aus meiner Sicht mit einer linken politischen Analyse nicht vertragen. Ja, also das ist jetzt halt die Frage, weil man könnte jetzt natürlich, ich kenne jetzt das Beispiel nicht, aber es gibt, also erstmal wird meiner Partei auf jeden Fall auch Linkspopulismus vorgeworfen. Da würde ich jetzt, könnte ich jetzt mal hier das RND zitieren. Dem Linkspopulismus geht es eher um eine möglichst chancengleiche Einbeziehung und Mitwirkung unterprivilegierter Gesellschaftsgruppen. Eine dem Sozialismus und in Teilen auch der Sozialdemokratie. Da stehende politische Ausrichtung betont wird hier oft soziale Gerechtigkeit, Antikapitalismus und Pazifismus. Als Beispiel für linkspopulistische Politik gelten in Deutschland viele Forderungen der Partei Die Linke. Ja, aber da wird doch, da wird doch so aus dem, was du zitiert hast, da würde ich jetzt mal sagen, da wird dieser Begriff des Linkspopulismus ja nicht analytisch, sondern als ein politischer Kampfbegriff verwendet. Er wird als politischer Kampfbegriff verwendet. Wie das so ist, wenn ein Begriff negativ besetzt ist und Populismus ist natürlich an sich ein negativ besetzter Begriff, wenn ich den konnotiere mit dem einer politischen Partei, dann überziehe ich diese Partei, die der eigentliche Adressat dieser Begriffsverbindung ist, mit einer negativen Einbindung. So, und das ist sozusagen ein Stück weit, deswegen sage ich, das ist ein politischer Kampfbegriff, sowas wird in aller Regel nicht ohne Absicht gemacht. Jetzt könnte man ja noch andere Beispiele nennen, also wie sagen wir mal aus der rechten Ecke würde man jetzt bestimmt auch die Grünen schon linkspopulistisch nennen. Wir könnten noch kurz über Aufstehen reden oder auch über Podemos in Spanien, die alle irgendwie dem Linkspopulismus mal betitelt wurden. Ja, nur da wäre meine Position, da beziehe ich mich auf das, was ich eingangs ein bisschen länger ausgeführt habe. Für mich wäre das eine Bezeichnung, die unzulässig ist, weil eben das nichts mit Populismus zu tun hat. Weil Populismus für mich nochmal etwas zu tun hat mit diesen Grundelementen, mit dem gemeinsamen Volk, den Interessen des Volkes, dem Anspruch auf alleinige Wahrheit, der Exklusion von allem, was mit diesem Wahrheitsanspruch nicht zusammenfasst. Das passt für mich, ich kenne keine Vorstellung von linker Politik, die sich mit diesen Säulen verbinden ließen. Naja gut, dann machen wir das mal anders. Worauf ich natürlich eigentlich hinaus will, ist, dass ich meine Partei eigentlich als maximal Mitte-Partei wahrnehme. Das ist halt die Partei, die irgendwie am ehesten am Humanismus dran ist. Eigentlich finde ich sie nicht mal besonders links, sondern ist es halt im Spektrum der Parteien in den Parlamenten halt die linkeste. Aber eigentlich bin ich der Meinung, dass links der Linken noch ganz schön viel Platz wäre. Und was ich jetzt ja eigentlich meinte, ist, warum sollte das nicht funktionieren, wenn dort jetzt eine neue Partei entstünde? Man könnte jetzt auch ganz brech fragen, ob das vielleicht ein Platz ist, den die SPD mal einnehmen kann, wenn sie über die 5-Prozent-Hürde wiederkommen will. Wo sie eben, ich sage mal, dass ein Fokus auf drei bis fünf Themen, die eindeutig formuliert, so eine plakative Wahlkampagne, wie die FDP sie macht. Aber was wäre der, ich verstehe das schon, aber was ist der Preis dafür? Was ist der Preis dafür? So One-Point-Bewegungen oder Parteien hat es in unterschiedlicher Weise gegeben. Die Grünen haben damit mal angefangen im Hinblick auf Umweltschutz. Es hat andere Beispiele gegeben, wie zum Beispiel in Dänemark, die Steuerpartei von Morgens Glistrup, der nur die eine Zielsetzung hatte, Steuern runter. Ja, Riesenerfolg. Zehn Jahre später ist der Laden komplett verschwunden, weil Politik sich so nicht reduzieren lässt. Thilo hat mir gerade einen Zettel noch reingeschoben, Zitat von Chantal Mouffe, also eine Theoretikerin. Ja, kenn ich. Kennst du, ne? Zitat, linker Populismus zielt auf die Errichtung einer politischen Frontlinie zwischen dem Volk und der Oligarchie ab. So. Das kann man natürlich so sehen. Man kann auch sagen, das ist ein Stück weit eine Aktualisierung oder Fortsetzung einer Vorstellung vom Klassenkampf, die sagt, hier unten sind die Ausgebeuteten, das Volk und oben ist der Kapitalist oder in dem Fall dann eben die Oligarchie. Meine Kritik daran wäre, dass ich sage, ja, es gibt Oligarchien. Nur eine Vorstellung von Gesellschaft, die sozusagen mechanistisch feststellt, wir sind das Volk und wir kämpfen gegen die Oligarchie, die uns da beherrscht und die Dinge lenkt, die wird der Realität der Verhältnisse einfach nicht gerecht. Ich will das an einem folgenden Beispiel auch festmachen. Über den Daumen, und die Zahl kennst du auch, 20 Prozent der Menschheit verbrauchen 80 Prozent der Ressourcen dieser Welt. Und wir gehören als Nation zu diesen 20 Prozent. Das heißt, die generelle Ungerechtigkeit und die Ausbeutungsverhältnisse dieses Globus, die gehen auch quer durch unsere Gesellschaft mit hindurch. Wir sind ein Volk, ja, jetzt sage ich das selber ein Volk, wir sind eine Nation, wir sind eine Gesellschaft, wir sind eine Gesellschaft, die in einer eigentümlichen Verschränkung sowohl die Spaltung, die dieser globale Kapitalismus mit sich bringt, in Arm und Reich, in immer weiteres sozialen Auseinanderdriften. Auf der einen Seite sind wir hier oder sind Menschen bei uns in großer Zahl, sozusagen erleben diese Spaltung negativ, sind ihre Opfer, deren Situation, und wir haben Beispiele auch heute gehört, verschlechtert sich. Gleichzeitig aber auch auf einer absurden Ebene, wenn du so willst, und dennoch sind wir auch Profiteure der globalen Entwicklung. Den Satz kennst du, der wird häufiger von Rechten gebraucht, dass man sagt, ja, aber Menschen, die irgendwo in Afrika oder anderen Regionen leben, wo das soziale Elend weitaus ausgeprägt ist, die wären froh, wenn sie das hätten, was bei uns hier der ALG2-Empfänger hätte. So, das ist so eingesetzt, ist das eine demagogische Behauptung, auf einer empirischen Ebene, ist die aber nicht komplett falsch. So, und diese beiden Ebenen, das kann, ich kann das in der Analyse, ich kann das in der Analyse nicht ausblenden. Deswegen fürchte ich, wenn man es sich da, und dann bei allem Respekt vor, vor Chantal Mouff, ich fürchte, wenn man es sich so einfach macht, dann landet man da, wo diese Versuche der linken Bild-Zeitung gelandet sind. Ja, dazu vielleicht noch ein paar Dinge. Also einerseits, weil du gesagt hast, die Ein-Thema-Parteien gehen irgendwann unter. Das ist bei der AfD gerade nicht zu sehen. Was die halt machen, die machen das halt chameleonartig. Am Anfang waren sie gegen den Euro, dann sind sie dahingeschwenkt gegen den Flüchtling. Daraus wurde gegen die Islamisierung. Und jetzt sind sie halt gegen Corona-Maßnahmen. Also sie nehmen halt immer das Gegen-Thema ein. Ja, eben. Und deswegen sind sie keine Ein-Themen-Partei. Naja, sie wechseln aber. Was das ja so hergibt, würde ich sagen. Das ist ja auch was Populistisches. Also auch darauf zu reagieren, was halt gerade... Ich bin da anderer Auffassung als du. Aber das werden wir jetzt nicht mehr in Tiefe diskutiert kriegen. Wenn man so will, und du hast ja ein Stück weit auch recht, der Erfolg der AfD ist eben, dass sie in einer eigentümlichen Weise, und das macht den populistischen Ansatz aus, ein Themen-Partei ist, weil es ist eben die da unten gegen die da oben. Ja, das ist sozusagen der Anspruch, und das verbindet sich dann wieder, ich komme immer wieder auf den Punkt, in einer undemokratischen Vorstellung von Gesellschaft und Politik. Das ist ein Konglomerat, wenn man so will, also ein Thema, das aber in unterschiedlichen Facetten dann ausgespielt wird. Das ist eine Verbindung von ein Themen-Partei in Bezug auf die Gesellschafts- und Politikvorstellung, aber eine Viel-Themen-Partei, was du Chamäleon genannt hast, in Bezug auf die Ebenen, auf die diese Struktur angewendet wird. Das ist was anderes als die klassischen Ein-Themen-Parteien, wie also Listrupps Steuerpartei und so. Mir wird jetzt aus dem Hintergrund hier auch gezeigt, Schade, schade. Ja, schade, schade, aber... Dürfte ich noch einen Punkt vielleicht machen? Ja. Das letzte, versprochen. Ja. Ich würde diese Überlegung, ich finde hier selber ziemlich geheuerlich, zu sagen, hier Linkspopulisten, damit die ja dagegen halten und da wäre jetzt durchaus die Befürchtung, das wird alles noch polemischer und schlimmer. Ich würde das mehr als Mittel zum Zweck sehen, wie man eben die ganze öffentliche Debatte endlich mal wieder nach links rücken könnte, weil momentan ist es ja so, egal welches Thema, es wird halt immer an der AfD gemessen. Und ich glaube halt schon, dass es da auch Chancen geben könnte, einerseits, wie du sagst, den Diskurs nach links zu verschieben, andererseits sowohl eben auch die Leute mehr zu politisieren, als auch das Umdenken anzuregen oder zu verschnellern und halt hoffentlich vielleicht sogar dadurch die Demokratie zu stärken. Also, diesen sozusagen, den Vorschlag des Links-Populismus als politische Provokation nehmen, hast du denn schon Mitstreiter gefunden? Bitte? Hast du schon Mitstreiter für diese Idee oder diesen Denkansatz gefunden? Ich möchte das aber nicht machen. Ah, du möchtest das aber nicht machen. Naja, deswegen würde ich das ja wie aus Kalkül halten und ich halte auch die AfD für Kalkül. Ich glaube nicht, dass die, was die AfD macht, wie du sagst, dass die daran wirklich glauben, dass sie ein Volk sind. Ich glaube, das ist offensichtlicher Betrug. Ja, also, es gibt auch Betrüger, die sind Betrüger und glauben trotzdem das, was sie da machen. Ich bin überzeugt davon, dass es die Strategen, die hinter diesem Ansatz stecken, denen unterstelle ich, dass sie in der Tat sehr genau wissen, was sie da an Propaganda und falscher Vorstellung betreiben. Aber ich glaube auf der anderen Seite und das ist einfach meine Erfahrung mit Menschen, die da zu den aktiven Kadern auch so einer Organisation gehören, Pegida auch als Nichtpartei, aber da nahestehend, da gibt es einfach verdammt viele, die es glauben. Und das macht sozusagen, das ist ihre innere Triebfeder und das erzeugt auch diese Aktivität. Lieber Karl, ich danke dir. Ja, ich danke dir Hans. War mir eine Ehre. Mir auch. Mach's gut. Tschüss. Ja, Gute Nacht. Schönen Feierabend. Gute Nacht. Meine Güte. So weit sind wir ja noch nicht. Ja, auch das war wieder eine gefühlte knappe Stunde. Wir nehmen uns immer vor, das nächste Mal müssen wir ein bisschen kürzer werden und dann finde ich, sind die Gespräche aber doch immer so, ich kann da nicht nach zehn Minuten sagen, das war es jetzt. Vielen Dank. Bitte um Nachsicht. Und man kann das ja auch in Etappen hören und es gibt Kapitelmarken. Da danke ich allen dafür, die das machen. Patrice, der ist da sehr zuverlässig, dem danken wir ganz besonders. Ja, hetzt mich nicht. Patrice danken wir da ganz besonders. Ich mache nochmal den Hinweis darauf, dass heute Rosas Brille, also die dritte Kolumne, auf jungundnaiv.de im Forum zu sehen ist. Das ist ein Text, der mir persönlich sehr gut gefallen hat, auch mit verlinkt mit Videobeispielen. Es gibt eine geradezu skandalöse Videoproduktion, finde ich, die die Bundesregierung zu verantworten hat. Guckt euch das an, lest euch das durch. Wer dieses Format unterstützen will, sehr gerne. Ihr seid willkommen. Ihr seid besonders willkommen, auch wenn ihr euch an der Diskussion beteiligen wollt. Ihr wisst, wie es geht. Und diejenigen, die im vergangenen Monat dieses Format, diesen Kanal unterstützt haben, mit Beiträgen von 20 Euro und mehr, die seht ihr jetzt im Abspann. Diejenigen, die lieber anonym bleiben wollen, jeder Euro ist willkommen. Und erzählt auch. Dankeschön. Und wenn ihr wollt, nächsten Dienstag wieder. Bis dahin. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020